Hallo meine Seelen Sterne, herzlich willkommen zu einem neuen Reading, das ich mit meinem geistigen Team zusammengestellt habe, nachdem ich ja selbst in einer Situation war, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich manche Ziele zu C erreiche und dann gehe ich gerne in Kommunikation mit meiner geistigen Welt und auch natürlich mit dem Spirit und arbeite dann natürlich auch mit den Karten an meinen Themen. Und ich fand das sehr spannend und sehr hilfreich, um diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen, vor allem zu verstehen, wo der Ursprung liegt und natürlich dann Schritt für Schritt an diesen Themen zu arbeiten. Und das hat eigentlich einen sehr, sehr guten Schritt in die richtige Richtung weitergebracht und da habe ich mir gedacht, dass ich dieses Reading gerne möchte jetzt öffentlich stellen. Und zwar, wie ihr wisst, bin ich eine spirituelle Lehrerin, Transformationstherapeutin, meine Aufmerksamkeit mit meinen Reading liegt in der ersten Linie, bei dir die Transformation voranzutreiben, damit es sich im Außen dir zeigt. Weil, egal ob du ein Liebesproblem hast, ein Patenschaftsproblem hast oder ein finanzielles Problem hast oder beruflich nicht weiterkommst oder mit dir selbst Probleme hast, liegt der Ursprung dessen, was im Außen sich dir zeigt, am Ende fällt immer bei dir. Das heißt, das, was du von dir selber denkst, die Glaubensmuster, mit denen du aufgewachsen bist, ob sie dir jetzt bewusst sind oder nicht bewusst sind, erschaffen deine Realität im Außen. Deswegen heißt der eine von der geistigen Gesetze, das Gesetz der Resonanz und das Gesetz der Anziehung. Das bedeutet, wie innen so außen, wie oben so unten. Und mein Hauptmerkmal natürlich liegt daran, dass ich, besonders bei der Twin Flame Journey, ist das so, dass dieses Thema ganz intensiv angesprochen wird, weil es um diese innere Meisterschaft über sich selbst erlangen geht in dieser Partnerschaft. Und neben dem, dass ich mich auf diese Heilungsarbeit in deinem Liebesleben oder in der Thematik mit deiner Dualseele oder mit deinem Wunschpartner fokussiere, ist mein zweites Ziel, dich deinen Themen näher zu bringen, damit du das bei dir heilen kannst, damit es dann im Außen sich für dich positiv verändert, manifestiert. Und dafür bringe ich ja regelmäßig eins bis zweimal, manchmal auch sogar dreimal im Monat, je nachdem, wie die Energien im Außen gerade sind, spirituelle Readings, die dafür sind, dass du dann den Blick nach innen wenden kannst. Dass du bei dir selbst schauen kannst, hey, was ist es, was mich jetzt daran hindert. Natürlich sind das öffentliche Readings. Bei einer privaten Readings kann ich natürlich spezifisch auf deine Energiefeld schauen. Aber ich habe festgestellt, dass bei den öffentlichen Readings, die ich mir selbst anschaue, manchmal, wenn ich nicht vorwärts komme, wenn ich mir selbst im Weg stehe, wenn ich manchmal einfach auf stur schalte und nichts mehr hören möchte, dass auch die öffentlichen Readings mir immer einen Anhaltspunkt gegeben haben, worauf ich achten soll. Und deswegen hoffe ich, dass dieses Reading dich auf deinem Weg weiterbringt. Bevor wir mit dem Reading starten, möchte ich mich bei all denen, die spendiert haben, die eine Spende aus Energieausgleichen mir zukommen gelassen haben, herzlich bedanken. Ich habe diese Spende dieses Mal bei vier Pfoten gespendet. Ich möchte auch euch die Tierschutzurkunde zeigen, damit ihr auch wisst, wo das Geld auch hingeht. Es geht ja einmal zu Mäcki und einmal zu vier Pfoten Tierschutz. Und das ist diese Urkunde, wo ich einfach für den Tierschutz, ihr seht, auch für die Unterstützung, herausragende Unterstützung. Das heisst, je nachdem, wie ich das Gefühl habe, wo das Geld hingehen soll, spendiere ich die Hälfte des Einkommens, die ich über den Paypal bekomme, monatlich an den vier Pfoten. Oder wenn ich sehe, dass der Mäcki gerade ganz einen schwierigen Fall hat mit Welpen oder mit Krankheiten oder mit einem kranken Hund, dann spendiere ich es dort. Ich lasse mich immer leiten und gehe dorthin, wo gerade die Hilfe am notwendigsten ist, wo ich weiß, dass da Unterstützung auch von euch da rein investiert wird. Zumal, zudem, danke, 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 ihr seid wunderbar. Und danke, dass ihr auch mit eurer Energieausgleich dieses Kanal unterstützt, damit es werbefrei bleibt. Gleichzeitig, dass ihr mich unterstützt, dass ich meine Freizeit investieren kann, um hier für euch die Readings zu machen. Und mit meinen drei Jobs ist das recht schwierig, deswegen bringe ich nur einmal in der Woche Readings raus. Und natürlich, danke, danke, dass ihr das Geben und Nehmen im Gleichgewicht haltet. Für die anderen Gruppen, die mir immer aus meiner Wunschliste was schenken, möchte ich mich heute auch ganz, ganz herzlich bei einigen ganz, ganz liebevollen Abonnenten, die ich jahrelang kenne, aber auch bei den Neuen für eurer Energieausgleich bedanken. Von ganzem Herzen, als allererste möchte ich mich bedanken. Ich habe leider nicht alle Zettel dabei, aber von der Jessica, ich werde die Nachnamen nicht vorsagen, von Katharina habe ich was bekommen. Einige waren ohne welche Botschaften drinnen. Einmal habe ich diese Orbs-Cards bekommen. Danke, 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 die sind wundervoll. Und dann habe ich diese wunderschöne Set bekommen. Ich habe mir diesen so sehr gewünscht, weil ich Tagebücher schreibe und auch meine Readings, wenn ich sie channele mit der geistigen Welt, also die Vorlagen, in einen ganzen ledergebundenen Buch reinschreibe, die für mich sehr wichtig sind. Und ich einfach halt gerne dann natürlich da mit Wachsarbeit und mit Feder reinschreibe. Und ich habe mich so riesig über dieses Geschenk gefreut. Danke, danke, danke für so viel Großzügigkeit und Liebe aus meiner Wunschliste in Amazon. Dann möchte ich mich noch bedanken für diesen wunderschönen Karten-Deck. Der White-Namen ist leider nicht mit einer Botschaft gekommen. Deswegen weiß ich nicht, wer mir das gespendet hat. Dankeschön, sie sind wunderschön. Und ich bedanke mich noch für diese Gypsy-Orakel-Karten. Auch darüber habe ich mich riesig gefreut, weil ich gerne mit den Gypsy-Orakel-Karten in Kombination mit Lenormand und Taro arbeite. Und mich gerade da ein bisschen am reinlernen bin. Und die Karten haben mir wahnsinnig gut gefallen. Deswegen danke, danke, danke auch für eure großzügige Spende. Ihr seid wunderbar. Möge, dass alles, was ihr gebt, zu euch hundertfach zurückkommen. Heute ist der Deko ein bisschen anders, weil ich sehr starke Sonneneinstrahlung in den Raum habe. Wenn ich die Kamera gerade stelle mit einem Brett, dann sieht man fast gar nichts. Also habe ich jetzt das Kamera von oben nach unten gerichtet und dann werde ich es auf der schwarze Decke drauflegen. Also hoffe, dass es dann auch für euch sichtbar ist. Die heutige Reading-Picker-Card bezieht sich auf, was hindert dich daran, deine Ziele zu erreichen? Wo sind da die Blockaden, die dich daran hindern, egal in welcher Form, ob es finanziell sind oder beruflich sind oder was auch immer ist. Wir fokussieren uns auf das Hauptthema, das dich daran hindert, voranzukommen. Was ist das Grundenergie in dir drinnen? Es geht nicht um das, was dich jetzt gerade Probleme macht, sondern es geht wirklich um diese tiefgehende innere Arbeit. Bitte, wenn du triggergefährdet bist oder nicht bereit bist, mit dir selbst zu arbeiten oder nicht bereit bist, authentisch und ehrlich mit dir selber zu sein, dann schau dir dieses Reading nicht an. Denn es kann tief gehen und es kann viele, viele alte Wunden hochreißen und nach oben bringen. Und um das zu verhindern, bitte ich darum, dass du nach innen fühlst, bin ich überhaupt bereit, mit mir selbst zu arbeiten? Bin ich bereit, diese Wunden noch einmal anzuschauen? Und dann kannst du dir gerne dieses Reading anschauen. Also auf jeden Fall war nicht immer im Vorfeld, dass es Triggergefahr da sein könnte. Ich habe natürlich die Karten noch nicht gezogen, aber auf alle drei Gruppen werden die gleichen Karten, mit den gleichen Karten gearbeitet. Bei diesem Reading werden nur Orakelkarten benutzt und die Kartendecks werden sich vielleicht in privater Reading ein bisschen variieren, aber es bleibt weiterhin immer die gleichen. Ich arbeite als Hauptthema mit den Karten Hear Yourself Reading Cards von Ina Segal, wunderschöne Karten. Als Erklärung zu dem Thema arbeite ich mit der Alice in Wunderland Karten von Jasmin Beckert-Griffitt und Lucy Kerrendisch, die ist sowieso meine Liebling-Illustratorin. Dann als, woher die Ursache, woher der Ursprung dein Thema ist, arbeite ich mit der Astrology Reading Cards. Dann, was dir hilft, was kannst du tun, um dieses Thema anzugehen und zu heilen, arbeite ich mit der Dream Reading Cards von Rose in Sera und mit den Shaman Oracle Cards, den Shaman Dream Oracle Cards von Alberto Villoldo und Colette Baron-Ride. Auch eine meiner Liebling-Illustratorin. Ich finde, sie ist sehr hochschwingend. Für mich ist sie so ein Ersatz von Doreen Virtu, wobei ich nicht verstehen werde, was mit Doreen passiert ist. Aber dann habe ich als Letzte die, was für Unterstützung du aus der geistigen Welt bekommst, damit du deine Themen angehen kannst. Dann habe ich hier der Wild Wisdom of the Fairy Oracle von Lucy Cavendish und das Baum-Geist-Orakel von Tiziana Matera, Botschaften aus dem Reich der Bäume. So, soviel zu den Karten. Und am Schluss, solche Readings, arbeite ich gerne energetisch mit euch. Und diejenigen, die sich das dann nicht wollen, dann bitte dann abschalten, wenn es dann um die Energiearbeit geht. Ansonsten werde ich Matrix-Karten ziehen und wähle. Also ich werde dann fragen, welche Energie du dann brauchst, um dir zu erleichtern, die Themen anzugehen. Und dann werden wir mit einer Matrix-Karten ziehen. Und wir werden mit Heilpunkt-Karten ziehen, was dir helfen tut, wo du selber da an dir selbst arbeiten kannst, zum Neue Kraft und Ausrichtung durch das Halten von Körperpunkten, von Schierner Verlag, von Maria Niemann. Und wir werden dann am Schluss noch fragen, was deine Seele dir mitgeben möchte mit Los geht's Lebenskarten 2 Therapie-Books von Barbara Völkner. Dann hoffe ich, dass wir jetzt mit unserem Reading eine wundervolle Start in dein neues Wochenende für dich erschaffen können. Du hast drei Gruppen. Ich habe mir für drei Drachenfiguren entschieden, da die Drachen grundsätzlich mit der inneren Kraft arbeiten und dich vorantreiben, deine Themen anzuschauen. Mit dem ersten habe ich hier diese wunderschöne Figur, wo auch Wasser vorhanden ist, mit dieser wundervolle blaue Drache, wenn du dich zu dieser Figur hingezogen fühlst. Dazu kam, ich habe dich Spirit gebeten, welche Inspiration-Karte dazu kommen kann diese Decke. Interessant, dass die Gruppe 2, glaube ich, diesen Deck doppelt hatte in dem letzten Reading. Vielleicht ist das deine Deck, wenn du die Gruppe 2 damals gewählt hattest. Aber bitte lass dich intuitiv führen. Dann haben wir diese wunderschöne Drache. Die Drachen habe ich übrigens alle von meinen Abonnenten bekommen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich dafür. Sie sind so wunderschön, dass es mir fast zu schade ist, damit zu arbeiten. Das ist die zweite. Wenn du dich zu diesem Figur hingezogen fühlst. Die Figuren sind alle in Amazon erhältlich oder beim Figuren-Shop. Das ist die Inspiration-Karte, die dazu kam. Falls du dich dazu hingezogen fühlst. Und der dritte ist diese wunderschöne Elfe auf ihrem Thron mit ihrem Babydrachen. Auch eine wunderschöne Figur. Auch hier möchte ich dich darum bitten, dass du da die Konzentration darauf legst, welche Figuren du möchtest. Und hier kam natürlich diese Inspiration-Karte. Fühl bitte in dich hinein, zu welchem du dich am meisten hingezogen fühlst. Wenn du willst, kannst du selbstverständlich jetzt das Video anhalten. Und ich werde sowieso jetzt erstmal in die Einstimmung gehen. Ich möchte dich bitten, dass du bei dieser Einstimmung mitmachst, damit du dich mit deinem Hörer selbst verbinden kannst, damit du dich erden kannst. Und dann würde ich sagen, werden wir mit dem Reading starten, mit der Gruppe 1, mit der Blaue Drachen. Und bis dahin hast du ja immer noch Zeit, dich für eine von den Gruppen zu entscheiden. Solltest du dich zu mehreren Gruppen hingezogen fühlen, ist das auch okay. Bei einer öffentlichen Reading passiert sehr gerne, dass es mehrere Themen hier angesprochen werden und dass du vermutlich dich auch in mehreren Gruppen wieder findest. Ich bitte dich darum, dass du dich jetzt gerade hinsetzt oder hinlegst. Deine Füße, falls du sitzt, berühren den Boden. Achte darauf, dass du weder deine Beine noch deine Hände kreuzt. Der Nacken ist in der Verlängerung der Wirbelsäule. Konzentrier dich auf deinen Scheitelpunkt und stell dir vor, wie aus deinem Scheitel nach oben eine Trichte sich öffnet in Farbe Gold, Violett, Weiß, was auch immer für dich stimmig ist. Bringe deinen Fokus auf dein drittes Auge, in der Mitte deine Augenbrauen sind. Du kannst die Augen, wenn du sie dich schließt, kannst du sie nach oben rollen und nach oben blicken und manchmal spürst du so ein Kribbeln zwischen den Augenbrauen und dann weißt du, dass der Fokus definitiv an dein drittes Auge gerichtet ist. Erde dich auf deine Art und Weise, indem du dir entweder vorstellen tust, dass aus deiner Gesäßwurzeln in deine Oberschenkel reinwachsen, in deine Knie herabwachsen und runtergehen in deine Schienbeine, in deine Waden, in deine Füße und dann sich in die Mutter Erde reinbohren, ganz tief in die Erde, zuerst durch ganz kleine, viele kleine Wurzeln und dann unten, wenn du bei der Mutter Erde angekommen bist, dann lässt du diese Wurzeln zusammenwachsen zu einer großen Knäule, das dich richtig festhält in der Erde und verbunden durch Millionen kleine Wurzeln, die von dieser Knäule aus das Licht der Mutter Erde nach oben strahlen lassen, diese rote Wurzelchakra-Energie, die durch diese Adern, durch diese Wurzeln in deine Fußsohlen hineinkommen, hochwandern, durch deine Füße, in deine Waden, in deine Schienbeine, in deine Knie, in deine Oberschenkel, hintere Oberschenkel und dann in deinem Becken und dich festigt, sodass du dich gestärkt und geliebt fühlst. Ich habe auf das richtige Wort gewartet, sorry. Und durch deine Trichter jetzt spürst du, wie aus der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung, aus der Quelle allem Sein, was auch immer für dich diese Quelle darstellen tut, spüre, wie ein goldenes Licht, ein goldenes, violettes Licht, Gitterlicht, in deine Trichter hineinfließt, durch deine Schädeldecke hin, in dein drittes Auge, in dein drittes Auge Chakra, hinab in dein Halschakra und spüre, wie dieses Licht sich ausdehnt und ausbreitet in deinen gesamten Kopf, hinab in deinen Hals, wie es deine Schilddrüsen, deine Mandeln, falls vorhanden, durchflutet oder sonst deine Halschakra, durchflutet, sodass dein Halschakra gestärkt ist und dann hinab in deinen Brustkorb, in deinem Herzchakra, wo in der Mitte deines Brustkorbes ist und dann durch dein Herz hindurch und dann spüre, wie hinten und vorne dein Brustkorb in ein goldenes Licht getaucht wird und dann weiter hinab in deine Solarplexus Chakra, in der Mitte deines Bauches und spüre auch dort, wie deine Organe, deinen Magen, deine Speiseröhre und all die Nebenorgane, Milz, falls vorhanden, Lebe, hintere Organe, Nieren, durchflutet werden, durch dieses goldene Licht, jede einzelne Seele erwacht zum Leben. Spüre, wie du geliebt wirst, wie du getragen wirst, durch deine Seele, durch deine Hörer und dann spüre, wie diese Energie aus diesem Solarplexus Chakra hinab leuchtet, hinab fließt, vielleicht wie eine Lava oder vielleicht wie eine zähe Flüssigkeit in deine Sakralchakra unterhalb deiner Bauchnabel, dort, wo deine Geschlechtsorgane ist, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist, und spüre auch dort, wie dieses Licht sich ausdehnt und ausbreitet in deine Blase, in deinem Darm und natürlich auch in deine Geschlechterorgane, Gebärmutter, bei den Frauen natürlich, bei den Blasen, bei den Männern ist das natürlich auch andere Organe. Bitte fühl in dich hinein, wie dieses Licht sich durchflutet und dann spüre, wie sich dieses Licht weiter hinab in deine Wurzelchakra zu diesen roten Energien, die du bereits schon hochgezogen hast, hinab fließt und sich vermischt mit diesem wunderschönen, roten Wurzelchakra-Energie und sich verwandelt in ein golden-rotes Licht und jetzt lass dieses Licht nach oben, wie auch nach unten, durch deine Beine, durch deinen Oberkörper hinauf zu deinen Trichtern und aus deinen Trichtern heraus über deine gesamte Aura hinab fließen und gleichzeitig lässt du sie hinab fließen durch deine Oberschenkel in deine Knie, in deine Waden, in deine Schienbeine und lass dieses Licht, die vermischt ist, in die Mutter Erde hinab sinken und spüre, wie du in ein golden-rotes Kock und Licht umhüllt bist, fühle dich gesichert und geliebt und geschützt und jetzt verbindest du dich mit deiner Seele, mit deinen geistigen Gefühlen, mit deinen Ahnen, vielleicht mit deinen verstorbenen Familienmitglieden, die für dich besonders wichtig ist, mit deinen Engeln, mit deinen Elfen, mit deinen Drachen, was auch immer für dich gerade wichtig ist und bitte darum, dass du heute hier die Unterstützung und die Hilfe bekommen tust, die du so dringend benötigst, damit du endlich aus diesem Engpass rauskommst, was auch immer dieser Engpass für dich bedeuten mag, sodass du fließen kannst, sodass du wirklich ohne Hindernisse im Fluss des Lebens deine Ziele erreichen kannst, dass du all diese Blockaden, die dich daran hindern, deine Ziele zu erreichen, in Liebe umwandeln kannst, in Licht und Liebe abgeben kannst und verstehen kannst, vergeben kannst. Und wenn du dann soweit bist, lasse dich zu einer der Figuren, der Inspirationsbilder, die bei dir vielleicht vor deinen geschlossenen Augen jetzt erscheinen, führen. Und ich werde jetzt natürlich die Anbindung mit der geistigen Welt starten, indem ich mich mit der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung, mit der Quelle allem Sein verbinde und all meine Aspekte des Seins durch Raum und Zeit in diesen Raum rufe. Ich rufe all meine Fragmente, all meine Seelenanteile aus Inkarnationen und Inkarnationen als Lichtarbeiterin in diesem Raum und bitte darum, dass ihr euch in einem Kugel in mich vereint, all meine Anteile miteinander vereint, aus Raum und Zeit, wo keine Vergangenheit, keine Zukunft und kein Gegenwart existiert, sondern dass alles im Hier und Jetzt geschieht. Ich verbinde mich mit meinen Ahnen, mit meinem höheren Selbst, mit meiner Seele. Ich verbinde mich mit allen Lichterwesen aus der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung, die zuständig sind für meine Arbeit hier als Lichtarbeiterin in dieser Zeit. Und ich verbinde mich natürlich mit meinen Engeln, Erzengel Gabriel, Michael, Raphael, Carmoel, Metatron und Uriel. Und bitte darum, dass meine Kanal der Kommunikation, der Verbindung zu meiner Seele, der Verbindung zu der Quelle von allen Blockaden, von allen negativen Energien, von allen Einfluss im Außen gereinigt wird und mit aller höchsten göttlichen Licht und höchsten göttlichen Liebe durchflutet wird. So mögen meine Wörter, meine Gedanken und meine Gefühle heute hier göttlich geführt sein, zum Wohle all denen, die sich heute dieses Reading anschauen. Durch dich, Erzengel, Gabriel und Spirit. Erzengel Michael bitte ich darum, um Erstellung eines feinstofflichen Gitters in Farbe Gold-Violett, welches alle gedanklichen oder gefühlmäßigen Emulationen oder sonstigen Energien, die auf mich auf dieses Reading, auf meine Zuschauer, Zuschauerinnen, einwirken oder einstrahlen, sofort in alle höchste göttliche Licht und alle höchste göttliche Liebe umwandelt, zurückgeben an den ausendenden Quellen. Aktivierung feinstofflichen Gitters jetzt. Ich bitte dich auch, dass alle egopasierende Gedanken aus diesem Reading fernbleiben. Und du diesen Raum, in dem ich jetzt uns alle hineinbegeben werde, diesen leeren Raum, wo wir uns begegnen, auf der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung, wo ich die Informationen erlangen darf, begegnen und du diesen Raum mit deinem blauen Licht, mit deinem Lichtschwert, mit deinen Flügeln schützt. Erzengel Raphael, dich bitte ich um Heilung und um Klärung auf allen Ebenen des Seins, in den Mentalkörper, in den Emotionalkörper, in den physischen Körper, in den spirituellen Körper und auf allen Ebenen dritte, vierte, fünfte, sechste, siebente, achte, neunte, zehnte, elfte, zwölfte Dimension. Lass deine Licht erstrahlen, umhülle all denen, die hier hingeführt werden in deinem grünen Licht, des Schutzes, der Liebe, der Heilung, der Klärung. Danke. Und Erzengel Camuelt, ich bitte ich, dass durch dieses Reading, Herzöffnung, Vergebung auf allen Ebenen des Seins, Mentalkörper, Elementalkörper, physischer Körper, Emotionalkörper und spiritueller Körper, dritte Dimension, vierte Dimension, fünfte, sechste, siebente, achte, neunte, zehnte, elfte, zwölfte Dimension geschehen darf. Zum Wohle all denen, die hier hingeführt werden. Dankeschön. Erzengel Metatron und Erzengel Uriel, ich bitte euch darum, einfach mich zu führen, hier zu sein, mir die Kraft zu geben, mich zu erden, mich zu leiten, gemäß göttlicher Weisheit und göttlicher Liebe. Ich danke euch. Und nun werde ich, hoffentlich, wenn du deine Gruppe ausgewählt hast, mit der erste Erste Reading starten. Wir sehen uns gleich wieder in ein paar Sekunden. Hallo Gruppe 1, herzlich willkommen zu deinem Pickle Card Reading. Was hindert dich daran, deine Ziele zu erreichen? Du hast dich für diese wunderschöne Karte mit den Bienen und die Sonnenblumen entschieden. Und in der ersten Linie geht es bei dir hier um das Thema Dankbarkeit. Diese Karte repräsentiert alles, was mit Dankbarkeit zu tun hat. Es repräsentiert, dass das Leben voller Fülle ist. Und wo dein Bewusstsein hingeht, dort manifestierst du auch. Es geht darum, zu lernen, für alles, was man hat, Dankbarkeit zu entwickeln. Und vor allem, sich die Fülle seines Lebens bewusst zu werden. Es ist eine wunderschöne Karte. Das Thematik zu dieser Karte sind Dankbarkeit, wie ich bereits schon gesagt habe. Sei jeden Tag dankbar. Segnungen sind überall. Tu etwas, was für dich bedeutungsvoll ist. Es ist Zeit für Geburt neue Ideen. Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Freude. Und wertschätze dein Leben mit Süßen. Ich werde die Karten natürlich hier stehen, damit es weiterhin in deinem Blickwinkel bleibt. Und dann werden wir uns jetzt mit der kollektiven Energierenden Gruppe 1 verbinden, mit der Bitte darum, dass mir das Hauptthema oder die Ursache, die Hauptursache für deine Blockade, was dich daran hindert, deine Ziele zu erreichen, aufgezeigt wird. 12. Bitte zeig mir, was hindert meine Zuschauer oder Zuschauerin daran, seine oder ihre Ziele zu erreichen. Das ist das Hauptthema. Okay. Wir haben hier einmal das Thema Procrastination. Hier geht es um, Dinge nicht in Angriff zu nehmen, immer zu warten, zu zögern oder einfach die Dinge von sich hin zu schieben. Das ist mal die erste Karte, die hier jetzt aufgetaucht ist. Wir schauen weiter. Was ist die Ursache, warum Gruppe 1 seine Ziele nicht erreicht? Die Hauptursache, weshalb Gruppe 1 seine Ziele nicht erreicht. Die Karte am Boden geflogen, entschuldige. Dann haben wir die Karte Cycles. Die Karte Cycles spricht darum, dass es etwas gibt in deinem Leben, eine Zyklus, die zu Ende gehen sollte oder du einfach aus diesem alten Zyklus nicht rauskommst, zum Beispiel auch die Dinge immer wiederholst. Die gehen aber genauer darauf ein. Sobald ich alle Karten habe, noch eine Karte der Bitter Spirit für Gruppe 1. Was hindert die Gruppe 1 daran, seine Ziele zu erreichen? Was ist das Hauptthema, dass Gruppe 1 daran hindert, seine Ziele zu erreichen? Ja. Es gibt etwas definitiv, was deine Vergangenheit noch in die Heilung gehen darf, was du noch nicht losgelassen hast. Okay, meine Lieben. Dann würde ich mal sagen, wir starten mit diesem Reading jetzt erstmal auf das Hauptthema bezogen, was dir diese Karten sagen möchte. So, ich muss immer wieder mal ein bisschen alles umstellen. Es ist ein bisschen eine blöde Konstellation gerade, aber durch das Licht Einfluss hier drin kann ich leider momentan es nicht anders handhaben. Also, Gruppe 1. Bei dir ist die Hauptursache, warum du deine Ziele nicht erreichst, ist, dass du die Dinge vor dir hinschiebst, dass du Dinge nicht in Angriff nimmst, dass du vielleicht auch einfach haufenweise Ideen hast, aber die Ideen nicht umsetzen tust. Vielleicht einfach, weil du nicht an dir selbst glaubst, das kann eine der Gründe sein, aber hauptsächlich habe ich einfach das Gefühl, dass du die Dinge gerne auf den nächsten Tag schiebst, oder dass du einfach meinst, dass du es sowieso nicht schaffst, oder es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Was ich spüre hier bei dir ist, dass du hier aufgefordert bist, zu handeln, weil du schon längere Zeit wahrscheinlich die Botschaft bekommst, dass es an der Zeit ist, Dinge in Angriff zu nehmen, und du einfach immer wieder die Dinge vor dir hinschiebst. Vielleicht einfach, indem du dir sagst, nee, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, oder ich habe Angst vor dem Ergebnis, oder dass ich es sowieso nicht schaffe. Oder du sagst einfach, ich habe keinen Bock, ich bin zu müde. Es gibt immer Millionen Ausreden, warum wir Dinge vor uns herschieben. Selbst wenn es manchmal Dinge sind, dein Haus zu putzen, oder deine Rechnungen zu bezahlen, oder nach einem neuen Job dich umzuschauen, Gewicht zu verlieren, deine Steuererklärung zu machen, oder eine neue Ausbildung zu beginnen, was ich hier spüre, ist, dass du hier aufgefordert wirst, wirklich Verantwortung zu übernehmen, und die richtigen Schritte vorwärts zu machen. für mich ist das auch eine Karte, die dich auffordert, gerade mit dieser Kombination im Gegenwart zu leben. Nicht in Zukunft oder in der Vergangenheit zu leben. Ich habe auch das Gefühl, dass du schon weißt, dass es Zeit ist, zu handeln, und dass du die Dinge von dir hinschiebst, obwohl du genau weißt, dass du hier aufgefordert bist, wirklich vorwärts zu gehen. Es ist eine Dringlichkeit hier in dieser Energie, in dieser Karte, die dich auffordert, die Verantwortung für das zu übernehmen, was zu tun ist, und endlich mal die Schritte zu tun, die dich daran hindert, diesen Weg zu gehen. Wir haben aber hier auch einen Zyklus, und ich glaube, dass das, was du zögerst, oder wir werden dann natürlich Klärungskarten zu jeder Karte ziehen, aber ich habe so das Gefühl, dass du etwas aus deinem Leben, aus einem Zyklus deines Lebens nicht loslassen kannst. Vielleicht gibt es irgendetwas in deinem Leben oder in deiner Vergangenheit, der diese Gefühle in dir auslöst, oder diese Ängste in dir auslöst, die notwendigen Schritte zu machen. In welchem Zyklus deines Lebens befindest du dich gerade? Worauf solltest deine Energien fokussieren? Vielleicht bist du auch überall, nur nicht dort, wo du sein solltest. Vielleicht bist du gestreut in alle Richtungen, hast das Gefühl, die tausend Dinge auf einmal machen zu müssen, nur um dich von dem Hauptthema hier ablenken zu lassen. Füll bitte in dich hinein, ob du damit in Resonanz gehst. Wenn nicht, wenn das nicht dein Thema ist, dann such dir bitte eine andere Gruppe. es ist aber dennoch notwendig, dass du irgendetwas zu Abschluss bringst, einen Zyklus in deinem Leben zu Abschluss bringst, die vermutlich gegenwärtig dein gesamtes Leben auf den Kopf stellt. Das heißt, wenn du in einer Situation gegenwärtig dich befindest, wo alles zusammenfällt, das heißt, du verlierst deinen Job, deine Gesundheit ist nicht gut, du hast deinen Freund, Partner verloren oder dein Partner hat dir gesagt, er verlässt dich oder die Kinder gehen nach dem Haus oder einfach ein Chaos um dich herum geschieht, von dem du dir denkst, dass Gott dich jetzt gerade bestraft, dann wirst du hier aufgefordert, genau hinzugucken, weil das all diese Dinge sind, die dich daran hindern, vorwärts zu gehen, die ihren Zyklus beendet haben, die von dir auffordern, transformiert zu werden. Für dich ist jetzt die Zeit gekommen, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt, was ist es, was aus meinem Leben raus muss, das nicht mehr funktioniert. Und dann nicht zu zögern, nicht die Dinge auf morgen verschieben, sondern die nächsten Schritte dazu machen. Welcher alte Zyklus musst du abschließen und weitergehen? Vielleicht hast du momentan das Gefühl, dass du durch dein Feuer läufst und das Leben dich gerade ohrfeigt aus aller Richtungen. Dann wisse, dass das nicht geschieht, weil das Universum dich bestrafen möchte, sondern weil du die Dinge vor dir hinzögerst, weil du dich weigerst, die Schritte zu machen, die notwendig sind. Wenn es möglich ist, versuche dich von dem ganzen Chaos, die dich umgibt, zu isolieren und fange an, dich mit deinem wahre Schmerz, mit deiner Ursache dieses Schmerzens auseinanderzusetzen, mit deinen Ängsten, der Kummer, der dich daran wirklich hindert, diesen Schritten zu machen. Das, was dich wirklich daran hindert, die Dinge hinter dich zu lassen, wie du eigentlich schon lang weißt, dass es dir nicht gut tut. Ob es jetzt ein Verhaltensmuster ist oder eine Situation ist oder ein ungesunde Muster ist, Suchtverhalten ist, Co-Abhängigkeit ist, Beziehung ist, es ist egal. Zögere die Dinge nicht mehr vor dir hin, weil das ist das, was dich daran hindert, deine Ziele zu erreichen, weil es nicht mehr in Übereinstimmung ist mit deinem Lebensplan. Und wenn etwas ausgedient hat, dann wird das Universum dich so lange bremsen, bis du endlich so an der Wand angekommen bist, du sogar keine andere Wahl hast, mehr als nach vorne zu springen. Und ich weiß, wovon ich rede. Das Universum hat das mit mir auch gemacht. Und ich habe eine Erfahrung, wie ich damit hatte, war so dermassen stark und intensiv, dass ich mir geschworen habe, dass ich nie mehr wieder zulasse, dass das Universum für mich Entscheidungen tritt, sondern ich mache sie vorher. Lass uns mal die Klärung suchen, was die Hauptthemen hier sind. Wir beginnen natürlich vielleicht einmal mit der Procrastination. Mit der Karte Procrastination wollen wir mal gucken, was ist es, was dich zögern lässt? Was ist das, was du hinausschiebst, vor dir hinschiebst oder nicht angehst? Spirit, bitte Zeit mir. Kläre bitte für mich das Zögern bei Gruppe 1. Was zögert die Gruppe 1 vor sich hin? Oder was hat es mit diesem Zögern auf sich? Okay, I wonder what will happen next? Ja, das spricht ja schon für sich. Ich wundere mich, was als nächstes passiert. Du darfst deine Perspektive ändern und du handelst. Wir haben hier ja eine Gegenfrage gestellt. Was ist die Ursache für deine Zögern? Was zögerst du vor dir hin? Und ich habe das Gefühl, was du hier vor dir hin zögerst, das möchte die Karte sagen. Das, was du hier vor dir hin zögerst, ist die Tatsache, dass du die ganze Zeit dich fragst, was würde passieren, wenn ich das mache? Du bist viel zu sehr in der Zukunft statt im Gegenwart. Du brauchst eine Bestätigung dafür, eine Sicherheit dafür, dass etwas im Außen dir gegeben wird, damit du im Innen die Entscheidung triffst, weiterzugehen. Ich bringe dir zum Beispiel ein Beispiel. Das Beispiel wäre, zum Beispiel, dass du in einer Partnerschaft bist, in der du unglücklich bist. Aber du weißt, dass es Zeit ist, für dich zu gehen. Du weißt, dass diese Beziehung dich krank macht. Dass es deine Kinder krank macht, dass es dein Umfeld krank macht. Vielleicht tut bereit schon dein Körper sich in dieser Energie aufzeigen. Du bist erschöpft, du bist müde, du bist dauernd nur noch am Streiten. Und du weißt eigentlich, dass du jetzt die notwendigen Schritte machen musst, die Scheidung einzureichen, dich zu trennen, eine Wohnung zu suchen. Aber du tust das alles nicht. Warum? Weil du denkst, wenn ich mich jetzt trenne, was passiert dann? Was passiert mit meinem Geld? Habe ich noch meine Sicherheiten? Was ist, wenn die Kinder dann nicht gut gehen? Was ist dies, dies, bla 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 bla? Du bist schon in einer Zukunft, die noch gar nicht existiert, weil du noch gar nicht den Schritt in dieser Zukunft gemacht hast. Und das ist es, was hier passiert. Das ist, das sich zu zögern lässt. Statt dass du dich auf eine Atemtreue vorbereitest, einen Sprung in Ungewissen wachst, der sowieso nur in die Freiheit führen kann, weil dort, wo du bist, ist alles stagniert. Dort, wo du bist, bist du total unglücklich. Aber du bleibst lieber in dieser unglücklichen Situation, weil du denkst, solange da im Außen nicht jemand kommt, der mich rettet, bin ich nicht bereit, diesen Sprung zu machen. Sprich, entweder wartest du auf einen Partner oder einen neuen Partner oder du sagst dir, vielleicht verliebt sich ja mein Mann in eine andere Frau und dann ist das Problem für mich sowieso gelöst. Oder es kommt vielleicht ein anderer Mann. Für die, die auf ihren Twins warten, weil sie in einer karmischen Partnerschaft sind, ist das vielleicht eine Botschaft, dass du denkst, ja, wenn mein Twin kommt, dann verlasse ich ihn. Das funktioniert so nicht, lieber Gruppe 1. Das Universum sagt, hör auf zu warten. Alles, was du möchtest, kann erst zu dir kommen, wenn du den Sprung erstmal wachst, ins Ungewissen zu springen, ohne zu wissen, was hinter dieser Türe ist. Denn egal, was hinter dieser Türe ist, Gruppe 1, ich verspreche dir, es ist hundertmal besser als das, was du jetzt bist. Und das kann ich dir wirklich bestätigen, weil ich es erlebt habe. Du wirst niemals durch eine Türe gehen, dass die Situation vielleicht am Anfang verschlimmen wird, ja. Aber im Nachhinein wirst du zurückblicken und wissen, dass es die beste Entscheidung deines Lebens war. Und jede Türe, die du öffnest, gibt dir die Chance auf Wachstum und auf Freiheit. Und das ist das, was du verhinderst. Das ist der Grund, warum du nicht vorwärts gehst. Das ist der Grund, warum du Dinge von dir hinschiebst. Du musst für alles eine Bestätigung haben, bevor du etwas handelst. Du brauchst Sicherheitsgefühle. Und das funktioniert bei dem Universum. Nichts Spirit sagt dir, hör damit auf, dass wir nichts werden und wird auch nicht funktionieren. Dann schauen wir mal an, was ist es für ein Zyklus, das du da beenden musst. Was möchte Spirit dir über dieses Thema Zyklus sagen? Kläre bitte Spirit das Thema Zyklus. Kläre bitte das Thema Zyklus für Gruppe 1, Spirit. Und da kommt Okay, hier habe ich einfach so das Gefühl, dass diese Karte mir sagen möchte, dass du gerne an das Altbewährte festhaltest. und vielleicht auch deine Einzigartigkeit nicht anerkennst, dass du vielleicht anders bist. Vielleicht hältst du auch an alten Dingen fest aus einer Vergangenheit, wie zum Beispiel, ja, aber wir haben doch uns so sehr geliebt in dieser Partnerschaft. Ich bleibe einfach bei der Partnerschaft, Beispiel, weil was anderes fällt mir jetzt gerade so auf die Schnelle nicht ein. Ja, aber wir haben uns doch so geliebt, aber wir haben doch noch Kinder miteinander und wir waren doch mal so glücklich. Ja, das ist alles gewesen und jede ist ein bisschen anders und man verändert sich im Laufe von der Zeit, wo man Zeit miteinander verbringt, wo man zusammen ist. Und hier geht es aber auch darum, dass du aufgefordert wirst, Veränderungen zuzulassen, aber auch die Veränderungen bei der anderen zu akzeptieren. Dass dein Gegenüber sich verändert hat, dass es einfach nicht mehr das ist, was es damals war. Und aber auch deine eigene Zyklus, das dich verändert hat, dass du andere Bedürfnisse vielleicht hast und dass ihr ja vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, vor drei Jahren, vor zwei Jahren super zusammengepasst hat und es war alles auf der gleichen Augen oder zumindest man hat geglaubt, dass es alles auf der gleichen Augenhöhe ist und heute ist das nicht so, weil du dich verändert hast, weil dein Gegenüber sich verändert hat. Und hier wirst du aufgefordert, die Einzigartigkeit an anderen anzunehmen und die Veränderungen, die ein Zyklus mit sich bringt, zu akzeptieren und nicht an etwas Altes, was auch hier natürlich mit der Rising, der Phönix zu tun hat, festzuhalten oder an alte Erinnerungen an jemanden. Es kann hier auch natürlich möglich sein, dass du ein anderer Beispiel in Trennung bist oder schon lange getrennt bist und auf jemanden wartest. und es sind zehn Jahre vergangen und du wartest immer noch, weil du denkst, was ist, wenn ich jetzt in eine neue Partnerschaft gehe, dass dort das Ganze sich wieder wiederholt. Dann hältst du an einer alten Zyklus fest und akzeptierst nicht, dass jeder ein bisschen anders ist oder du begegnest jemanden und erinnert dich an irgendetwas aus einer alten Zyklus und du springst wieder ab, weil du vergisst genauso wie mein Ex. Nein, jeder ist ein bisschen anders. Aber auch deine Andersartigkeit akzeptierst. Vielleicht geht es aber auch hier einfach darum, dass du etwas anderes in deinem Leben reinlässt und erkennen tust, dass du nicht mehr der Mensch bist, der du vorher warst, aber auch der Mensch aus deiner Vergangenheit, der vielleicht jetzt zurückkommt, nach, keine Ahnung, zehn, zwanzig Jahre, auch sich verändert hat. Und dann urteile nicht oder triff keine Entscheidung aus einem alten Zyklus heraus, sondern akzeptiere, dass jeder Mensch ein bisschen anders ist und Veränderungen immer passieren und erlaube, dass die Veränderungen in deinem Leben passieren. Ich glaube, bei dir geht es hauptsächlich darum, dass du Angst vor Veränderungen hast, was mit dieser Karte repräsentiert wird. Dann haben wir Gruppe 3, Gruppe 1, dann die dritte Karte, der Phoenix Rising. Spirit, bitte gib mir eine Klärungskarte für diese Phoenix Rising, was möchte losgelassen und transformiert werden. Ja. Create your own happiness regardless of conditions. Die Karte sagt, manage to be glad. Was in die Heilung gehen möchte, ist, dass du, egal wie deine Situation gegenwärtig ist, egal was in deiner Vergangenheit passiert ist, egal wie die Dinge gelaufen sind in deiner Vergangenheit, ob es jetzt seit deiner Kindheit ist, in den letzten 10 Jahren, gerade jetzt, was auch immer los ist in deinem Leben. Versuche einfach, deinen Fokus auf die Dinge zu legen, die gut sind. Erkenne auch in das Schlechte das Gute. Denn es öffnet meistens immer Türen zu etwas viel Besseres. Und die Karte sagt, kreiere deine eigene Glück, unabhängig davon, wie die Umstände im Außen zu sein scheinen. Und hier geht es in der ersten Linie, habe ich so das Gefühl, Gruppe 1, dass es bei dir darum geht, dass du nicht an die vergangene Dinge festhalten tust oder daran, was passiert ist oder wie elend alles gelaufen ist oder wie schlimm das Leben zu dir ist. Das ist auch dieses Opferbewusstsein. Sondern erkenne in allem Schlechte auch das Gute. Das bedeutet, nicht jede Partnerschaft, das jetzt einfach in die Hose geht, hat nur etwas Schlechtes mit sich gebracht. Ihr habt auch glückliche Zeiten miteinander gehabt. Erkenne, egal wie die Umstände gegenwärtig in deinem Leben sind, dass es auch gute Dinge in deinem Leben gibt. Und je mehr du deinen Fokus auf das Positive richtest, desto mehr kannst du aus dem alten Energie, aus diesem Zusammenbruch, der um dich herum geschieht, ausbrechen. Und die Karte sagt dir, zögere nicht, die Schritte zu machen, wie dieses Chaos in deinem Leben gerade repräsentiert. Und tu es, ohne Angst zu haben. Und probiere einfach, auch ja, wenn die Dinge gerade ganz übel sind in deinem Leben, wenn gerade alles zusammenbricht, wenn du das Gefühl hast, die Welt geht gerade unter, es gibt definitiv positive Dinge in deinem Leben. Zum Beispiel, dass du noch ein Dach über den Kopf hast, den du bezahlen kannst. Dass du vielleicht noch einen Job hast. Dass du Freunde hast, die dir unter die Arme greifen. Deine Tiere, deine Kinder, das heiße Wasser, das Essen in deinem Kühlschrank. Es gibt in jedem Elend, die ich in meinem Leben erlebt habe, und glaub mir, ich habe viele erlebt, hat immer etwas Positives gegeben, an dem ich mich festgehalten habe. Denn das Universum bürdet dir nie etwas auf, was du nicht imstande bist zu schaffen. Du bekommst immer Unterstützung und Hilfe. Die Frage ist, erkennst du diese Unterstützung und Hilfe? Nimmst du sie an und fokussierst dich auf das Positive statt auf das Negative? Und beginne in diesem ganzen Chaos trotzdem dich auf dein Glück zu fokussieren. Dadurch entsteht für dich auch diese Energie, die du brauchen tust, diese Kraft, die du brauchen tust, um die Dinge voranzutreiben. Alles, was jetzt in deinem Leben verbrennt wird, wird durch etwas viel Besseres ersetzt. Und solange du zögerst, dann muss das Universum es noch mehr verbrennen und noch vielleicht auch eine richtige Busch und dann, jetzt hast du einen Buschbrand, vielleicht kommt es zu einem Waldbrand. Und sei bereit, das Alte loszulassen und fokussiere dich auf das Gute gegenwärtig und bleib im Fluss des Lebens, zögere nicht, nimm die Veränderungen an und wage den Sprung. Das, meine Lieber, für Gruppe 1, dein Hauptthema, was dich daran hindert, deine Ziele zu erreichen und woher diese Energie kommt, die Klärung davon, was das Thema rundherum einfach abrundet. Als nächstes schauen wir, woher kommt das? Was ist die Ursache von deinem Zögern, von deinem nicht wollenden Sprungwagen oder dich an alte Dinge festzuhalten? Was ist die Ursache? Was ist der Ursprung? Woher kommt das? Die Ursache, das kann natürlich in deine Kindheit liegen, es kann aus deiner gegenwärtigen Situation entstehen, es kann alles Mögliche sein, was jetzt gegenwärtig dich daran hindert, quasi deine Ziele zu erreichen. Aber wir gucken jetzt erstmal an, woher kommt das? Was ist die Ursache von all diesen Themen bei Gruppe 1 Spirit? Was ist die Ursache von all diesen Themen bei Gruppe 1? Da kommt die erste Karte, das ist der Venus. The part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. Okay, wir haben hier den Venus und der Venus spricht in der ersten Linie immer über das Thema Selbstwert und der Teil von dir, der Schönheiten respektiert, der Schönheiten möchte, die erfolgreich sein möchte und wertgeschätzt werden möchte. Der Venus regiert den Sternzeichen Stier und der Venus, wenn man die Stiere anschaut, die sind sehr auf äußere Schönheiten fixiert, während der Venus zwar auch ein Liebesplanet ist, aber sehr viel den Fokus auf die materielle Dinge legt, vielleicht bist du so erzogen worden, dass du nur jemand bist, wenn du etwas besitzt, dass du nur jemand bist, das ein tolles Auto hat, eine Familie hat, etwas hergibt, Kinder hat und erfolgreich in ihrem Leben ist. Und das könnte sein, dass diese Glaubensmuster, das du in dir drängst, ein Teil von dir, wo diesen Wunsch nach Anerkennung, nach Schönheit, nach Luxus, nach Erfolg, nach Wertschätzung durch materielle Dinge hat, dass dieser Teil von dir dich daran hindert, deine Sicherheiten loszulassen. Oder dieses Leben, in dem du dich jetzt gerade befindest oder den Job, den du jetzt gerade hast, der dir super viel Geld bringt, aber da kannst du dir zwar dein tolles Haus damit leisten und dein tolles Auto und deine tollen Klamotten und deine tolle Ausgaben, die du sonst hast oder all das, was dich wertvoll macht. Aber das ist alles äußere Dinge, äußere Schein. Was dich wertvoll macht, ist das, was in dir drin ist, meine Liebe oder mein Lieber. Nicht das Auto, was du hast. Natürlich wollen wir alle in einer Welt, wo alles nur auf Luxus basiert. Und heutzutage kann man sich Luxus auf viele Ebenen leisten. Man kann es fast sich jeder Luxus leisten, mit sich groß verschulden. Nur ob dich das glücklich macht, das ist die nächste Frage. Und dazu kann ich dir auch aus meinen Erfahrungen erzählen. Ich habe mein ganzes Leben lang nie was gehabt und habe meine Werte immer von Dingen abhängig gemacht, die ich im Außen hatte. Und habe versucht, nach Außen zu zeigen, ob zu heilen und endlich meine Werte zurückbekommen habe, hatte ich das Gefühl gehabt, ein Ungleichgewicht zu bekommen und da musste ich all das, was ich nicht hatte, wo ich an anderen bewundert habe, das sie haben, Haus, tolles Auto, tolle Equipment, habe ich mir alles erstmal geholt, damit diese innere Leere in mir, dass ich nichts wert war, weil ich nichts hatte, weil ich nur Schulden hatte, weil ich nicht diesen Luxus leisten dass das alles in mir erstmal gestillt und gesättigt ist. Aber weißt du was, ich habe festgestellt, es hat mich nicht glücklich gemacht. Es hat mir zwar ein Gefühl gegeben, wow, ich habe jetzt ein tolles Auto, mit dem ich angeben kann und ich wohne jetzt in einem Haus und ich habe jetzt tolle Möbel und ich habe jetzt tolle Klamotten, aber ich war trotzdem innerlich leer, ich war trotzdem innerlich nicht glücklich. Bis ich festgestellt habe, dass das alles mit dem Wert im Außen nichts zu tun hat, sondern mit meinem inneren Wert zu tun hat. Ich kann mit dem ganzen Luxus, das ich besitze, nicht im Außen mich wertvoll fühlen. Ich kann vielleicht ein Bild nach außen abgeben, aber mich nicht wertvoll fühlen. und all diese Sicherheiten, die ich aufgebaut habe, kann ich auch nicht mitnehmen, wenn ich gestorben bin, weil es nur Erfahrungen sind, liebe Gruppe 1. Was du mitnimmst, sind Erfahrungen und nicht das, was du hier auf Pump gekauft hast, weil am Ende hast du alles, was du hier an Materielles hast. Und ich rede jetzt nicht auf Pump, das du im Raten bezahlt hast, sondern ich rede auf Pump, das egal was du hast, ist nur ausgeliehen, es gehört nicht dir, du kannst es nicht mitnehmen in den Himmel, wenn du gehst, gehst du einfach leer. Und dann ist die Frage, was willst du mitnehmen für dein nächstes Leben? Die Erfahrungen, die du mitgemacht hast, die Lehre, die du mitnehmen tust, weil du einfach deine Werte von materiellen Dingen abhängig gemacht hast, was ist mit meinem Haus, was ist wenn ich mein Haus nicht verliere? Ey, ich habe genau das gleiche Problem jetzt auch. Ich weiß nicht, wie es bei mir beruflich weitergehen wird, und es kann gut sein, dass ich mich muss irgendwann vollkommen selbstständig machen, und dann kann ich das Haus nicht halten. Ja, dann ist das nur mal so. Ich vertraue einfach darauf, dass es sich eine andere anhinter deinen Lebensplan zu leben, wenn es dich unglücklich macht, und du nur an diese Sicherheiten festhalten tust, weil du es mit jemandem aufgebaut hast, und wenn du dich jetzt trennst, dass dieser jemand dir droht, dir all deine Sicherheiten zu nehmen, oder dass du dann nichts mehr wert bist, weil du nichts mehr hast, wow, dann musst du ganz dringend etwas an das Thema arbeiten. Bitte fülle in dich hinein, wo du dich wieder findest, machst du deine Werte davon abhängig, wie erfolgreich du draussen bist, dann geht es um deinen Job. Und du sagst, ich gebe jetzt diesen Job dir Sicherheit und trink nicht auf, weil ich nicht mehr in der nächsten Job nicht so viel verdiene. Oder du findest jetzt gerade ein ganz tolles Angebot, wo du einen Job könntest antreten, wo du weniger verdienst als du jetzt bist. Und aus Angst, deine Sicherheiten zu verlieren, aus Angst, dass du dort das Luxus nicht halten kannst, die für dich bis jetzt wichtig ist, nimmst du den Job nicht an und zögerst. Das ist für die eine Gruppe, für die andere ist Beziehung. Ich bin eine Partnerschaft und ich zeige nach außen eine Happy Family, aber in Wirklichkeit machen. Und das ist das, was dich daran hindert zu gehen. Für die dritte Gruppe von euch könnte es etwas anderes sein. Bitte füll in dich hinein. Wo findest du dich hier wieder? Wo machst du deine Werte von äusseren Dingen abhängig? Das dich daran hindert, die Schritte zu machen. Wenn du etwas tust, was du liebst vom Herzen und dich glücklich macht, dann wirst du in allem erfolgreich sein. Ist egal, was es ist. Und wenn du dich selbst liebst und mit dir selbst in Einklang bist und du denkst, ich verdiene es, glücklich zu werden, dann wird diese Türe, die vor dir erscheint, die du jetzt öffnest und durchgehst, wo du die ganze Zeit Angst davor hast zu öffnen, dich genau dorthin führen, wo deine Ziele sind. Weil diese Reading heißt ja, was hindert dich daran, deine Ziele zu erreichen. Das bedeutet, hinter dieser Tür erwartet dein Ziel. Und das, was dich daran hindert, wird einfach hier nur gezeigt. Okay, Gruppe 1. Ich muss jetzt gerade überlegen, sind wir in Gruppe 3. Nein, Gruppe 1. Es kann sein, dass vielleicht Gruppe 3 etwas hat, was ihn in Gruppe 1 wieder findet. Das passiert manchmal. Wir gehen jetzt mal weiter und schauen uns mal an, was hilft dir oder was kannst du tun, um diese Situation zu heilen oder in die Heilung zu geben oder dich davon zu befreien. Da kommen unsere Dream Karten. Spur, bitte zeig mir, was hilft Gruppe 1 oder was kann Gruppe 1 tun, um aus dieser Situation raus zu kommen, sich selbst zu heilen. Was hilft die Gruppe 1, sich aus dieser Situation zu verfreien? Gruppe 1, bei dir ist sehr viel auf Äußeren fixiert, habe ich das Gefühl, bei dir ist sehr viel dem, was denken die Leute von mir also als allererster kommt die Karte Spiele. Es ist einfach auch Kinder involviert in deiner Situation. Wenn das der Fall ist, dann wirst du hier aufgefordert an deine Kinder zu denken. Aber ich denke hier, was mir diese Karte sagen möchte, in der ersten Linie, was dir hilft, aus dieser Situation raus zu kommen, ist, dass du das Leben nicht mehr so ernst nimmst, dass du mal aus deiner Ängste rauskommst, wir hatten auch hier die Dankbarkeitskarte, wo dir sagt, es ist Zeit für dich, dich auf das zu fokussieren, was dich glücklich macht und nicht, was dir Angst macht. Und das sagt dir genau das Gleiche, die Karte sagt dir, es ist für dich der Zeitpunkt gekommen, dass du mehr Freude in deinem Leben bringst, spiel mit deinen Kindern, lass das innere Kind raus, unternimm Dinge, die dir gut tun und erlaube deinem innere Kind, Liebe zu erfahren, Freude zu erfahren, mach jetzt einfach Dinge, die dich glücklich machen, statt dich auf die Dinge zu fokussieren, die dir Angst machen und werde dir mal auch bewusst, widme dich mal deinem innere Kind, wo man dir eingeredet hat, dass du es nicht verdienst, glücklich zu sein. Spüre in dir hinein, welches alte Glaubensmuster dir einredet, dass du es nicht verdienst, all das zu haben, was du möchtest. Wo sitzt dein innere Kind in eine Kerke, den du eingesperrt hast, im Dunkeln? Wo du vielleicht das Kind mal in dieser Kerke eingesperrt hast, wo dir einfach sagt, ich möchte wieder Freude erleben. Und du das Gefühl hast, dass Freude nur durch das entsteht, was andere Menschen von dir denken oder was du vorzuweisen hast an Sicherheiten oder was du besitzt. Das macht dich dann wertvoll. Das ist dann natürlich die Umkehr zu dem, was wir vorhin gesehen haben. Dass du das Gefühl hast, du bist nur wertvoll, wenn du etwas besitzt. aber in Wirklichkeit bist du wertvoll, wenn du innerlich glücklich bist. Wenn du dir bewusst wärst, dass du es verdienst, glücklich zu sein. Zu diesem Thema habe ich immer eine wunderschöne Affirmation, die ich bei mir selber mache. Das kenne ich aus meiner Energie selber bei mir als Kind. Und zwar ist die Affirmation, die hier dir am meistens vorwärts helfen wird oder dir das Positive Es ist meine Geburtsrecht glücklich zu sein. Es ist meine Geburtsrecht alles in meinem Leben zu haben, was ich mir wünsche. Denn ich bin ein Kind Gottes. Das Universum ist hier, um mir die Fülle in meinem Leben zu bringen. Und es ist meine Geburtsrecht all das zu haben, was ich haben möchte. Denn das Universum ist Fülle. Und ich fordere jetzt mein Geburtsrecht ein. In Liebe, in Glück, in Freude, in Fülle leben zu dürfen. Und mir alles leisten zu können, was ich möchte, aber nicht weil ich jemanden habe, der mir das gibt, oder weil ich mich zu Tode arbeite, sondern weil ich es habe und weil ich es kann und weil ich kann auch geben, weil es mir Freude macht. Das als Erste. Die zweite Karte, wir haben auch die Karte 45, die Zahlen hier sind auch sehr wichtig, hier geht es einfach um das spirituelle Wachstum und Veränderung. Der 4 ist ja sowieso dein spiritueller Weg und der 5 ist die Veränderung. Fokussiere dich, widme dich nach oben. Ich sage immer, danke das Universum, dass er dich dahin führt, wo du Unterstützung bekommst, diese Veränderungen anzugehen. Und wir haben die Zahl 11, die ist sowieso die spirituelle Zahl. Und wir haben die Menschen um dich herum. Menschen, People. Schau dir diesen Mann an, der hat einfach eine Augenbinde um die Augen und trägt eine Zylinder. Aber wir sehen auch hier, dass er die Hand nimmt und will einfach entweder diese Augenbinde weiterhin aufbewahren oder er ist gerade dabei die abzulegen. Und was ich hier wahrnehme bei dir ist, dass du hier aufgefordert wirst, dich wirklich mit den Themen auseinander zu setzen, welche Menschen in deinem Leben geben dir das Gefühl oder entmutigen dich oder welche Ereignisse in deinem Leben haben dich entmutigt, die du dann in den Ascherephönix abgeben darfst oder Menschen in deinem Leben die dir das Gefühl gegeben haben, du bist nicht wertvoll, wo du das Kind in den Kerker eingesperrt hast, wo du das Gefühl hast, dass nur von äusseren Dingen der Wert kommt, nein, der Wert kommt vom inneren Dingen. Wenn du glaubst, dass du es verdienst, dann kriegst du auch alles über. Und vor allem überprüfe mal, wie wichtig es dir ist, was andere Menschen von dir denken. Gehst du mit der Masse oder bist du einzigartig? Wie diese Karte hier, sagt, jeder ist einzigartig und ein bisschen anders. Und akzeptiere deine Andersartigkeit und erlaube nicht, andere Menschen nur, weil du anders bist, weil du nicht so tickst, wie sie gerne hätten, dir das Gefühl geben, du bist wertlos und dich entmutigen, auf möchtest du dir gerne aneignen, die du vielleicht an anderen bewunderst. Ich sage immer wieder bei dieser Karte, es gibt immer irgendjemand in deinem Leben, zu dem du hochblickst. Ob es jetzt eine Schauspieler ist, wo großzügig ist und viel in seinem Leben erreicht hat. Ich nicht reinziehen, sondern er bleibt authentisch. Ihm ist es egal, wie er aussieht und er ist großzügig und voller Liebe, auch wenn das Leben ihn mit so viel Elend konfrontiert hat. Und das ist für mich ein Idol, zu dem ich hochblicke und sage, schau, er hat es auch geschafft, du schaffst es auch. Und du wirst auch jemanden haben, den du diese Qualitäten gerne möchtest, dann fordere diesen Mut ein und tu den Schritt, weil wenn du den Schritt einmal gemacht hast, dann wirst du feststellen, wie stolz du auf dich bist. Und dieser Stolz wird dir deine Selbstwertgefühle stärken und wird dir die Kraft geben, alle Herausforderungen, die daraus entstehen, zu bestehen. Weil du es kannst. Und wir haben die Karate Manifest. Was dir hilft, ist, dass du nach innen schaust, was ist es, was dich daran hindert, deine Wünsche zu manifestieren. Was ist es, was dich davon abhält, dass du daran glaubst, dass deine Träume wahr werden können. Und sei bereit, von innen heraus genau an diesen Themen zu arbeiten, damit die Manifestation immer außen geschehen kann. Arbeite mit der gesetzten Resonanz, arbeite mit dem innen und Affirmationen und setze klare Intentionen an das Universum. Das Universum hört dir zu. Du musst nicht nur mit ihm reden. Du musst dem Universum sagen, hey Universum, ich möchte gerne ein Haus. Und danke, dass du mich dahin führst oder mir alle Möglichkeiten gibt, dass ich dieses Haus schuldenfrei für mich selbst erlange. Und denk dich darüber nach, ob viele denken einfach, wie sollte das bitte gehen. Sondern übergibst dem Universum und lass es einfach passieren. Setze eine Intention und sage, ab morgen entscheide ich mich, die Türe zu öffnen und ein neues Leben einzuladen. Ab morgen entscheide ich mich, alles, was mich daran hindert, diesen Schritt zu machen, aus dieser ungesunde Situation rauszukommen, aus meinem Leben zu verbannen. Ab morgen entscheide ich mich mutig, den ersten Schritt in Richtung Glück zu machen. Auch morgen entscheide ich mich, alles, was mir das Gefühl übermittelt, nicht wertvoll zu sein, aus meinem Leben zu verbannen. Das sind so viele positive Affirmationen, die du jeden Tag benutzen kannst. Und das Universum wird dir dafür alles geben, was du benötigst, wenn du den ersten Schritt in die richtige Richtung machst. Und um zu wissen, ob die Schritte, die du machst, richtig oder falsch sind, bitte überprüfe doch mal, ob alles fließend läuft oder ob dir Steine hinweg gelegt werden. Wenn dir Steine hinweg gelegt werden, bist du auf ihr Wegen, dann ist es nicht das der richtige Weg, dann probiere was anders. Und dort, wo es fließt, dann weißt du, dass das Universum an deiner Seite ist. Und ich kann dir so viele von meinen Abonnenten und meinen Schülern bringen, die dir davon eine Geschichte erzählen können, wie super das funktionieren kann. Du bist ein Schöpfer, du allein entscheidest, wie dein Leben verlaufen soll. Okay, dann gehen wir langsam gegen Ende dieses Reading und dann schauen wir mal an, was für eine Unterstützung bekommst du aus der geistigen Welt, um diese Themen anzugehen. Was für eine Unterstützung bekommst du aus der geistigen Welt, um diese Themen anzugehen? Ich nehme keine Schamanenkarten mehr, weil du hast schon drei Karten aus der Dreamer Tarot bekommen, das waren schon intensiv genug. Was für eine Unterstützung bekommt die Gruppe 1 aus der geistigen Welt, aus dem Ahnenreich, aus dem Reich der Engel, der Meistern, Spirit, die Seele, um die Wünsche zu manifestieren. Sind so viele Karten gewesen, Spirit, bitte wenige Karten. Was für eine Unterstützung bekommst du, Gruppe 1, aus der geistigen Welt, um deine Ziele zu erreichen? Auf was für Unterstützung kannst du dich verlassen, aus der Sicht der geistigen Welt? Wow. Wir haben hier den Glimpse, Indigo, Rainbow, Crystal, Children, All and Beyond. Deshalb in erster Linie, du wirst entweder von deinen zukünftigen Kindern oder von der geistigen Welt oder du bist eine Starseed, weil Indigo-Kinder, Rainbow-Kinder und Kristall-Kinder sind alle Starseeds. Du wirst von deiner Seelenfamilie, deiner Seelenstern Unterstützung bekommen, um alles in deinem Leben zu erreichen, die Dinge genau zu sehen und zu wissen, dass du deine Ziele definitiv erreichen kannst. Dir wird alle Wissen, Kraft und Energie zur Verfügung gestellt, die du benötigen tust, um deine Ziele zu erreichen. Das ist damit gemeint, dass diese Unterstützung kommt aus der geistigen Welt. Und die geistige Welt wird dir Freunde zur Seite stellen. Das sind auch diese Seelenfamilie. Du wirst von der geistigen Welt die Freunde die Menschen zur Seite gestellt bekommen, die dir die Unterstützung geben werden, deine Ziele zu erreichen. Und Freude in deinem Leben zu bringen. Eine neue Partnerschaft wird auf dich warten, die dir, wenn du jetzt Single bist und sagen tust, ich komme jetzt nicht aus meinem Nest raus, weil ich Angst davor habe, dass ich keinen neuen Partner finde, dann ist das eine Aufforderung an dich, den Schritt zu wagen. Du bist ein Star Sieht und du wirst zu den Menschen, Partner, Freunde, Leuten, Kindern geführt, die dich die Unterstützung haben. Vielleicht sind es auch deine eigenen Kinder, das Indigo Kinder sind, Rainbow und Kristall Kinder sind, die dir die Kraft geben, nebst deine Seelenfamilie und eine neue Partnerschaft, die dir helfen werden, die Freude in deinem Leben zurück zu bringen. Fokussiere dich auf deine Kinder. Ich glaube, eine Gruppe von euch hat Kinder, entweder bekommt er Kinder oder hat schon Kinder und das sind alles Indigo Kinder und das sind alles Kristall und Regenbogen Kinder und die werden dir über diese Zeit hinweg helfen, die werden dir die Freude schwenken, die du brauchst. Fokussiere dich auf diese Kinder und wenn du noch keine Kinder hast, dann wisse, dass du zu deiner Seelenfamilie geführt wirst und deine Starseed Family dir helfen tut und du neue Partnerschaften bekommen wirst oder Unterstützung durch eine neue Partner bekommen die dir wieder Freude in deinem Leben bringen wird. Wunderschön. Schauen wir noch hier was für eine Unterstützung du aus der geistigen Welt bekommst. Was für eine Unterstützung bekommt die Gruppe 1 aus der geistigen Welt? Eine Karte die Unterstützung das du bekommst ist die Karte Gedächtnis. Die Karte Gedächtnis erinnert mich immer daran dass es hier darum geht dass du dich daran erinnern wirst wie mächtig du wirklich bist. Die Karte möchte dir sagen die geistige Welt wird dir in Gedächtnis rufen dein altes Wissen dir zurückgeben und dich daran erinnern was es bedeutet glücklich zu sein. Es wird dir die Unterstützung geben dich an die guten Dinge in deinem Leben zu erinnern und dir die Kraft geben dich mit Menschen zu begegnen die dir gegenüber gastfreundlich sind. Schau mal du bekommst zweimal hintereinander Karten dass sie dir ins Gedächtnis rufen dass du nicht alleine bist dass du Menschen haben wirst die dir gut gesinnt sind und dass dir Unterstützung und Hilfe geben werden und du das nicht alleine durchstehen musst wunderschön so Gruppe 1 da möchte ich dich darum bitten jetzt deine Augen zu schließen was auch immer dein Thema hier war und dass du jetzt deine Seele darum bittest dass die Matrix Karte für dich rausfällt die für dich wichtig ist und ich werde jetzt die Karten mischen und dann werde ich fragen welche Matrix Welle welche Energie Portal du benötigen tust um diese Themen aufzulösen aufzuheilen falls du diese Matrix Behandlung nicht möchtest dann bitte ich dich darum jetzt auszuschalten und dann weiterzumachen für diejenigen die keine Matrix Welle wollen aber die Heilpunkte wollen werde ich erst die Heilpunkt Karten sehen und ganz am Schluss dann erste Matrix so dass du sie ausschalten kannst und zwar bitte ich jetzt darum dass mir die Heilpunkte das Heilpunkte das Gruppe 1 benötigt um diese Hindernisse zu überwinden sich selbst zu heilen aufgezeigt wird welche Heilpunkte helfen Gruppe 1 die keine Matrix will oder beides möchte welche Heilpunkte unterstützt Gruppe 1 beim Auflösen diese Hindernisse Spirit Selbstvergebung ist der Heilpunkt für dich meine Liebe in Situationen in denen du es nicht schaffst aus Fehlern zu lernen und dich zu verändern Bewirkung ist das Halten dieses Punkt das bewirkt eine Hinwendung zur Selbstannahme und löst destruktive Gedanken und Gefühle auf die eine positive Selbsteinschätzung verhindern den links an die Schilddrüse legen linke Hand den Mittelfinger am Beginn der Hinterkopf auf den Mittelscheiter legen wenn du magst kannst du das jetzt anhalten und aufschreiben das Bild dazu wäre das und dann sagst du indem du die Punkte halte sagst du indem ich mir und anderen vergebe sage ich ja zu mir und zum Leben im Zellbewusstsein im Zellgedächtnis in jeder Beziehung auf allen Ebenen zu allen Zeiten in allen Dimensionen und Inkarnationen jetzt danke so das der Heilpunkt für dich Gruppe 1 und jetzt für all die die diese Welle nicht möchten wünsche ich dir eine wunderschöne Wochenende und danke für dein Sein danke für deine Liebe danke dass du dabei warst heute danke dass du dieses Video kommentiert likes leitest vielleicht für die die es brauchen und danke für dein Sein Namaste und für diejenigen die jetzt hier bleiben für die Matrix Welle werde ich jetzt gleich deine Karten ziehen Spirit bitte Zeit mir welche Matrix Welle welcher Energie Portal hilft die Gruppe 1 diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen und ihnen die Heilung zu geben ok wir haben eine Karte bekan und zwar die Energie Portal 23 die Synchronisation was du brauchst Vater Chorale der Schlüssel zur Zeit Harmonisierung natürlicher Zyklen wie passend du hast ja den Zyklus gehabt Handlungen werden synchronisiert und harmonisch aufeinander abgestimmt alles geschieht im richtigen Moment reibungslosen Heben was Reibungsverluste oder was soll ich muss meine Brille anstehen das sollte man vielleicht gerecht machen Reibungsverluste heben sich auf natürliche Rhythmen individuelle Lebensrhythmen werden harmonisiert unbewusste Themen werden aufgelöst durch Kompensation gefundene Energien werden frei Entwicklung und Entfaltung passt perfekt eigentlich zu deiner Reading Gruppe 1 Gruppe 1 für die Energieportal Aktivierung bitte ich dich darum entweder aufzustehen und dich an deinem Bett zu stellen oder an deinem Sofa oder an einem Stuhl das kannst du so machen oder du setzt dich ganz vorne am Rand deines Stuhles und setzt die Füße gerade auf den Boden weil das ist eine Welle die ich aktiviere und diese Welle die kommt dann zu dir und wird durch dich rein und hinter dich raus mach dir keine Gedanken ob du was spürst oder nicht spürst bei der einen von euch kann es sein dass es ein Zitternis ein Kribbelnis bei der anderen kann es sein dass du nach hinten geschoben wirst weil diese Welle kommt von vorne und geht hinten raus wenn du mit Matrix in Form schon Erfahrungen hast dann stehst du und dann lässt du dich einfach fallen achte nur darauf dass du hinten geschützt bist und dass du einfach sitzen kannst oder auf dem Bett fallen kannst wenn du die Welle spürst wenn du aber keine Welle spürst das bedeutet nicht dass es nicht angekommen ist sondern es bedeutet einfach dass es einen Zeitraum bis es wirkt ich starte jetzt und zwar beginne ich jetzt Aktivierung Energieportal 23 die Synchronisation für all die Zuschauer der Gruppe 1 die sich dieses Reading heute zu eigen genommen haben und aus freier Wille sich diesen Wellen hingeben Aktivierung Energieportal 23 die Synchronisation für Gruppe 1 jetzt Welle Das ist So, Gruppe 1. Ich danke dir, dass du dabei warst und ich hoffe, dass dieses Reading dir eine Unterstützung, Hilfe gegeben hat in Bezug auf deine Themen, dass du vielleicht ein bisschen genauer hinblicken kannst. Ich hoffe, dass dir die Energieportal, wie auch die Heilpunkte eine Unterstützung sind, deine Themen anzugehen. Ich würde mich natürlich riesig über einen Kommentar von dir freuen, wie du die Welle wahrgenommen hast, ob du mit diesem Reading in Resonanz gegangen bist und freue mich, wenn du den Schritt wagst. Dein Glück nicht im Weg zu stellen, Gruppe 1. Gruppe 1, ich danke dir für das Zuschauen, ich danke dir für deine Treue zu meinem Kanal, ich danke dir für den Energieausgleich, ich danke dir für deine Liebe, egal in welcher Form auch du sie aussendest. Aber ich freue mich am allermeisten, dass du dir selbst bedingungslos liebst. Namaste, Gruppe 1. Hallo Gruppe 2. Herzlich Willkommen zu Deiner Reading. Was hindert dich daran, deine Ziele zu erreichen? Gruppe 2. Du hast dich für diese wunderschöne Drache entschieden mit seiner Prinzessin auf der Couch oder auf das Bett, was auch immer das darstellen sollte. Und du hast dich für diese wunderschöne Inspirationskarte entschieden. Und diese Inspirationskarte spricht so viele Geschichten, so viele Bänder in einem mit dieser Rose und mit dieser Verbindung nach oben und nach unten. Und die Botschaft von dieser Karte an dich ist, dich von deinen Co-Abhängigkeiten bitte zu befreien. Und es geht hier darum, dass du aufgefordert wirst, mehr zu atmen, über Atemübungen. Es gibt so wundervolle Pranayama-Videos auf YouTube, wo du kannst machen. Ich habe ja auch eine Yoga-Gruppe, falls du interessiert bist, daran teilzunehmen. Es ist eine Zoom-Yoga-Gruppe, wo ich regelmäßig Yin-Yoga, Gesichts-Yoga, Yoga-Nidra und auch natürlich Pranayama mache. Und da gibt es noch Erlaube, erlaube den Weg der Zeit, sich in dir zu entfalten. Und jedes Ende ist auch ein Neubeginn. Du bist Geist in menschlicher Form, also Spirit in menschlicher Form. Und du sollst nicht an Besitztürmen festhalten. Oder an Besitztürmen, es sind nicht nur materielle Dinge, es sind auch menschgemachte Dinge oder Menschen, an denen du dich festhaltest. Und richte deinen Blick nach vorne und nicht zurück. Blicke nie zurück, sondern gehe einfach nach vorne. Gruppe 1, das sind deine Botschaften von deiner Inspirationkarte an dich. Und jetzt werden wir starten. Und zwar schauen wir, was ist das Hauptthema? Was ist die Ursache von der Energie, das dich daran hindert, deine Ziele zu erreichen? Was verhindert, welche Ursprungsenergie in dir verhindert, dass du deine Ziele erreichst? Ich verbinde mich mit den kollektiven Energien der Gruppe 2, die hier hingeführt worden sind. Und bitte darum, dass mir das Hauptthema Hauptenergie, das Gruppe 2 daran hindert, seine Ziele zu erreichen, mir aufgezeigt wird. Okay, wir haben hier einmal das Thema Trauer. Okay, wir haben hier Familie und Tribunale. Ich muss mal ganz kurz das ein bisschen anders stellen, damit ich das auch aufstellen kann. Familie und Tribunale. Und wir haben Träume. Okay, Gruppe 3. Gruppe 3, bei dir habe ich so das Gefühl, dass es dir hauptsächlich darum geht, dass du entweder aufgrund deiner Familie oder aufgrund dessen, was deine Familie von dir verlangt hat oder Familie dir eingeträchtigt hat, du auf deine Träume verzichtet hast. Und die Hauptenergie, die ich hier wahrnehme, ist, dass es eine Trauer in dir drinnen gibt, die mit einhergeht einerseits mit... Gruppe 2, bei dir spüre ich, dass es bei dir sehr viele familiäre Verknüpfungen, familiäre Themen gibt. Egal, was auch immer dich daran hindert, deine Ziele zu erreichen, stammbereit schon in deiner Ahnenreihe, aus deiner Ahnenlinie, aus deiner Ahnenfamilie. Und zwar geht es in der ersten Linie, habe ich das Gefühl hier darum, dass dir deine Familie entweder etwas eingeträchtigt hat oder etwas in deiner Familie passiert ist. Und vielleicht Vater-Mutter-Themen existieren hier, die eine ganz schwere Traumarbeit hier verursacht haben. Und ich möchte hier besonders darauf hinweisen, dass für ein kleines Kind ein Trauma ganz verschiedene Aspekte haben kann. Ein Trauma kann für ein Kind schon bereits entstehen, in dem Vater und Mutter sich trennen. Und die Mutter viel arbeiten muss und wenig Zeit für das Kind hat und das Kind ein Schlüsselkind wird und der Vater keine Zeit für das Kind hat. Oder dass Vater und Mutter sich die ganze Zeit streiten nach ihrer Trennung um das Kind. Und das Kind das Gefühl bekommt, ich bin schuld daran, dass Mama und Papa streiten. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Dann gibt es Millionen anderer Dinge. Es kann auch sein, dass die Eltern Erwartungshaltungen an dir haben und erwarten von dir, dass du ihre Träume lebst. Das, was sie in ihrem Leben nicht erreicht haben, das ist leider Gottes bei vielen Traditionen auch so, dass die Eltern sagen, du musst studieren, damit etwas aus dir wird. Und du wolltest aber vielleicht Bäcker werden oder Sänger werden oder, keine Ahnung, Straßenputzer werden. Oder du wolltest aber Tänzer werden. Und das wäre aber nicht in Übereinstimmung gegangen mit der Werte deiner Eltern. Oder du hast einfach immer die Bedürfnisse deiner Eltern erfüllt, statt deiner eigenen. Vielleicht hast du in einer Familie gelebt, wo er einen Betrieb hatte, wo es von Anfang an klar gewesen ist, dass du gar keine andere Wahl hast, als in diesen Betrieb einzusteigen, wenn du deine Sicherheiten haben möchtest, wenn du den Familienbetrieb weiterführen möchtest. Und das wurde dir schon als Kind so eingeträchtigt. Oder aber deine Eltern haben Erwartungen an dich gehabt, die du gar nicht erfüllen konntest. Und dadurch hast du auf deine Träume verzichtet. Und das hat eine ganze massive Trauer und Schmerz bei dir verursacht, die heute quasi der Trauer darüber, dass du deine Träume nicht leben konntest oder der Trauer darüber, dass du vielleicht deine Eltern enttäuscht hast oder die Erwartungen deiner Eltern nicht erfüllt. Das kann alles Mögliche sein bei dir in Gruppe 2. Bei dir Gruppe 2 habe ich das Gefühl, wir haben mit dem Thema Familie zu tun. Und irgendetwas in deiner Familie ist definitiv passiert, das bei dir eine Trauer verursacht hat. Und dazu möchte ich das Thema Familie, was in diesem Buch drinnen steht, angehen, weil ich denke, dass es ein sehr wichtiges Aspekt mit sich bringt. Und zwar geht es hier darum, dass du dir aufgefordert wirst, dir über deine Glauben, die dir aus deiner Familie eingeredet hat. Wie zum Beispiel, es gibt so Glauben, wie zum Beispiel, du bist es nicht wert, wenn du ein Mädchen bist, deine Ziele zu erreichen. Oder der Glaube zum Beispiel, dass du das, was du möchtest, kannst du nicht bekommen. Dann kann es zum Beispiel ein Glaube sein, ach, du schaffst sowieso nichts, weil du einfach die Erwartungen deiner Eltern nicht erfüllt hast. Oder es kann auch durchaus gut möglich sein, dass deine Eltern dir gesagt haben, Geld wächst nicht auf den Bäumen, du musst immer hart arbeiten. Und deine Träume, was ist das, Träume für Blödsinn. Da kann ich dazu auch wieder eine Geschichte erzählen, dass ich zum Beispiel meine Träume, was ich werden wollte, absolut nicht in Übereinstimmung war mit dem, was meine Eltern von mir erwartet haben, was aus mir werden sollte. Gut, bei meiner Mutter wenig, aber bei meinem Vater. Mein Vater hatte gewisse Erwartungen an mir, die ich nicht erfüllen konnte. Und ich war eher kreativ und er war eher logisch. Und wir waren beide hoch, also wir sind beide, also wir waren, er war, ich bin hochbegabt. Nur meine Hochbegabung lag in dem sprachlichen Wissen, in der Kreativität, im Malen, im Tanzen, in alles, was Sport zu tun hatte, während mein Vater einfach wahnsinnig der Mathematiker war und ich damit überhaupt nichts anfangen konnte. Ich habe zwar Mathematik können, aber ich habe sie auf meine Art verstanden und das war nicht in Übereinstimmung mit seinem. Und er hat mir immer das Gefühl gegeben, ich bin nichts wert. Dass meine Gaben, die ich habe, die Kreativität, mich nirgends im Leben hinbringen wird. Und das hat mein Selbstwertgefühl unendlich kaputt gemacht und mich von meinen Träumen so weit entfernt gebracht, dass ich bis heute noch darunter leide. Nur, ich habe meine Träume auf eine andere Art und Weise verwirklicht. Aber dennoch ist das vielleicht eine Unterstützung für dich, dass du verstehst, warum es bei diesen Karten geht. Es geht auf jeden Fall um ein Familienmuster, um ein Familiendenkmuster, Glaubensmuster, die du beeinflusst bekommen hast. Entweder geht es um dein Thema Beziehungen oder vielleicht hast du durch deine Eltern die Glaubensmuster, wen du heiraten solltest, mit wem du zusammen sein solltest oder wer dir auferlegt worden ist. Du bekommst nur das und das über, wenn du das und das heiratest. Das kann religiös bezogen sein. Es kann manchmal aber auch altersunterschiedlich bezogen sein, dass du mit jemandem zusammen warst, mit deinen Eltern nicht gepasst haben, weil sie nicht in einem Kram gepasst haben. Es ist so vieles hier vorhanden. Es kann aber auch einfach möglich sein, dass es hier um Geld geht. Dass du einfach nur, dass reiche Leute sehen oder wenn du jemanden hattest, der arm war, dass die nicht gepasst hat, den Familienkram und deswegen muss das gehen. Und das sind einfach so solche. Oder einfach, dass das deine Träume nichts mit dem zu tun haben, viel Geld zu verdienen, sondern glücklich zu werden und deine Eltern gesagt haben, nee, du musst studieren, du musst das machen, du konntest deinen Lebenstraum nicht leben. Das ist das, was ich das Gefühl habe, dass hier sehr, sehr stark bei Gruppe 2 vorhanden ist, dass dich daran hielt, deine Ziele zu erreichen. Was denken meine Eltern von mir, wenn ich es mache? Oder wenn ich da ausbreche aus diesem Familienbetrieb, der mich unglücklich macht, der meine Träume nicht erfüllen lässt, dass ich dann meine Eltern enttäusche. Und ich habe das Gefühl, dass das verursacht bei dir ganz massiv viele Depressionen, meine liebe Gruppe 2. dass du die Erwartungen deiner Familie erfüllst anstelle deiner eigenen und du deine Träume nicht gelebt hast und deine Träume beiseite gelegt hast, zum Wohle deiner Familie oder weil deine Familie dir irgendetwas eingeträchtigt hat in deinem Kopf, dass das, was du träumst, nicht der Wahrheit entspricht und das, was du machen möchtest, nicht okay ist. Und das hat dann im Laufe der Zeit bei dir ganz massiver Trauer und Depressionen verursacht. Hier habe ich mit deiner Gruppe zu tun, wir haben Depressionen leidet, weil du deine Lebensträume nicht leben konntest und das hat mit deinem Familienmuster zu tun, egal in welcher Form auch immer. Es muss nicht immer damit zu tun haben, dass deine Eltern dir das eingeträchtigt haben, sondern, wie gesagt, deine Eltern haben sich getrennt und du bist traumatisiert worden. Oder Ahnenthemen. Von Ahne zu Ahne hast du das nicht leben dürfen, was du leben musstest, weil die Ahnenfamilie sich immer an diese Regel gehalten hat. Das ist jetzt für ganz gläubige Familien, für muslimische Familien. Ich habe ja Multikulti bei mir. Oder jüdische Familien. Du darfst nur Jüden heiraten. Oder Reich- und Armfamilien. Das sind Klassifikationen, die hier sehr stark zu Vorschein kommen. Egal, worum es geht. Das Einzige, was dich daran hielt, deine Ziele zu erreichen, ist, dass du eine Trauer in dir trägst, dein Leben zu leben, deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu leben, weil es entweder von deiner Familie nicht akzeptiert wird oder es ist eine Glaubensmuster, die eingeträchtigt wurde oder du das Gefühl hast, dass du dann von deiner Familie nicht mehr geliebt wirst. Frage dich selbst, ob du diese alten Glaubensmuster noch mit dir herumträgst und ob du das, was du tust, tust für dich oder tust du das, um die Liebe deiner Familie zu bekommen, indem du das tust, was sie von dir erwarten. Die wichtigste Frage, die du dir hier stellen solltest, ist, lebst du dein Leben, um dich glücklich zu machen oder lebst du dein Leben, um andere glücklich zu machen? Diese Karte fordert dich auf, wirklich deine Loyalität, deine Familienglaube, deine Emotionen, die du unterdrückst und die Rituale, die du immer wiederholst, nochmal zu überprüfen und zu gucken, was ist es, was Macht über dich hat, das dich daran hindert, wirklich das zu leben, das Leben zu leben, das du leben möchtest, deinen Träumen nachzugehen, die dich glücklich machen und lass alles los, was dir nicht mehr dient. Du wirst aber auch aufgefordert, dich, deine Ängste zu stellen, anders zu sein, einzigartig zu sein und vielleicht ist das Anderssein, das Einzigartigsein von deiner Familie nicht akzeptiert worden und dadurch hast du deine Träume nie leben können, weil du nicht an dich selbst geglaubt hast und das hat Depressionen bei dir verursacht oder du bist traurig darüber. Es gibt eine Trauer in dir, das deine Ziele verhindert und du brauchst keine Bestätigung von deiner Familie, um deine Ziele zu erreichen oder du brauchst keine Bestätigung im Außen, um deine Ziele zu erreichen. Bei dir ist sehr stark Sakralchakra und Solaplexuschakra, wo ich dich auffordere, damit zu arbeiten, also als Heilerin und als Transformationstherapeutin. Bitte überprüfe deine alte Glaubensmuster und bitte guck mal auch, wo du dich selbst limitierst aus den Verletzungen in deiner Vergangenheit und es ist wichtig, an deine Selbstwertgefühle zu arbeiten, um Hilfe zu holen, auch wenn du hier in einer Depression drinnen bist und wirklich auch bereit zu sein, offen und ehrlich dich verletzlich zu zeigen. Ich weiss, dass es nicht immer alle Therapeuten und Psychologen die richtigen sind. Ich persönlich war mein spiritueller Weg, mein Heilungsweg. Es gibt andere Menschen, aber das Therapeuten und Psychologen brauchen. Ich konnte einfach niemals den richtigen finden und mein Weg war der spirituelle Weg, der mich geheilt hat, in dem ich immer mehr und mehr mit meinen Themen konfrontiert wurde durch die Ausbildungen, die ich gemacht habe, die ich immer noch mache und meine Schwingungen erhöht habe. Und so habe ich immer mehr erkannt, wo meine Blockaden liegen, wo die Transformation notwendig ist. Da fordert aber auch von dir wirklich Disziplin, das durchzuziehen und auch bereit zu sein, dir deine Ängsten zu stellen. Mich hat das Leben dazu geführt, weil ich so viele Ohrfeigen bekommen habe, bis ich eigentlich dazu gezwungen wurde, einen Weg zu finden, mich zu heilen oder mich umzubringen. Also habe ich mich für das Leben entschieden. Für die anderen ist, wenn du wirklich ganz massive Depressionen hast und du findest, du kannst das alleine nicht tun, bitte, bitte such dir Hilfe. Lass dir professionell helfen und kläre deine Familienthemen auf und vor allem überprüfe, wo du deine Träume nicht lebst, wo du auf deine Träume verzichtest, nur damit du geliebt wirst, akzeptiert wirst oder Dinge tust, die eigentlich gar nicht möchtest, nur damit du von deiner Familie wertgeschätzt wirst oder von den Menschen in deinem Umfeld, die für dich wie Familie sind. Wow. Gruppe 2. Hier möchte ich natürlich auf das Thema eingehen. Ich beginne mit der Familienkarte, weil ich habe das Gefühl, dass das hier die ausschlaggebende Karte ist. So, wir schauen uns jetzt natürlich als allererster Gruppe 2, was sind das für Mustern, die du aus deiner Familie mitgenommen hast? Was ist das Thema? Wir klären das Thema jetzt. Was hat es mit diesen Familienthemen auf sich? Spirit, bitte zeig mir, was ist, kläre bitte für mich diese Familie und Umfeld von Gruppe 2, die Gruppe 2 daran hindert, seine Ziele zu erreichen. Wir haben hier zwei Karten, die ich da sehe. Eine ist, Who in the world are you? Getting to know the new you. Ich habe das Gefühl, Gruppe 2, dass du niemals wirklich die Chance hattest, dein wahres Ich zu leben. Du weißt nicht einmal, wer du bist. Und das ist das, was ich gespürt habe bei dir, Gruppe 2, dass du einfach als dieser einzigartige Individuum, der du bist, vielleicht dieses Lichtwesen, dieses Anderssein, anderswertig zu sein, nie wirklich leben konntest. Du musstest im Grunde immer die Erwartungen deiner Eltern, deinem Umfeld, deiner Familie erfolgen. Vielleicht auch deine Familie, selbst wenn deine Eltern sehr liebevoll zu dir waren, heisst das noch lange nicht, dass die Großeltern nicht von deinen Eltern erwartet haben, dass du eine gewisse Erziehung hast. Und die Eltern waren jetzt den Großeltern hörig und haben dich quasi dazu gezwungen, so zu werden, wie sie sind. Das ist ein Ahnenthema oder ein Umfeldthema. Ich habe so das Gefühl, du weißt überhaupt nicht, wer du bist. Du konntest nie wirklich dein wahres Ich leben. Und das, was dich daran hindert, quasi deine Ziele zu erreichen, ist, überhaupt eine Identität zu finden. Wer bin ich? Was ist das, was ich wirklich möchte? Was sind meine Träume? Was ist das, was mich glücklich macht? Wo kann ich das leben, was ich möchte, statt immer darauf zu achten, was die Menschen von mir denken, was meine Familie von mir denkt. Wenn ich es nach Hause bringe, ob das meine Eltern passt oder ob das meine Tante passt, ist es die richtige Frau oder der richtige Mann, den ich heiraten kann? Oder ich möchte jetzt keine Kinder, aber meine Eltern erwarten von mir, dass ich Kinder habe. Das sind Millionen verschiedene Dinge, die hier angesprochen werden. Oder ich möchte meine Berufung leben, die mit Kreativität ist und meine Eltern verlangen von mir, dass ich in der Bank arbeite. Alles Mögliche. Oder in einem Familienbetrieb steigen, der mich überhaupt nicht interessiert. Und da wirst du wirklich aufgefordert, in der ersten Linie zu überprüfen, deine wahre Identität zu finden. Und solange du nicht weißt, wer du bist, solange du nicht weißt, was ist dein Traum, was ist deine Wünsche, was möchte ich in meinem Leben leben, welche Träume möchte ich verwirklichen. Oder wo habe ich nie das Recht dazu gehabt, mein wahres Ich, mein wahres Potenzial, meine wahre Träume zu leben. Und was sind meine Träume? Was ist es, was mich glücklich macht? Und da wirst du jetzt hier aufgefordert, dein wahres Ich kennenzulernen, dein Ich, dein neues Ich. Vielleicht bist du auch gerade von zu Hause raus und hast die Sätze der Eltern gelebt. Und jetzt wirst du aufgefordert, eine individuelle Persönlichkeit zu werden und deine wahre Identität herauszufinden und dein wahres Ich zu leben, damit du glücklich werden kannst. Und bei der zweiten Gruppe, es kann sein, dass es alles dein Thema ist, es kann sein, dass es mehrere Gruppen hier angesprochen wurden, habe ich das Gefühl, dass du gewisse Gesetze und Regeln deiner Familie folgen musstest. Und wenn du das nicht gefolgt hast, bist du dafür bestraft worden. Und das waren keine faire Regeln. Und das macht dich sehr traurig. Vielleicht bist du jetzt an einem Punkt in deinem Leben, wo du beginnest, dein wahres Potenzial, dein wahres Ich kennenzulernen, indem du dich fragst, wer bin ich überhaupt? Habe ich überhaupt meine Leben gelebt, mich nach meinen Regeln entfaltet oder nach den Regeln meiner Eltern? Vielleicht bist du auch an einem Punkt, dass du zurückblickend tust und feststellen tust, dass die Träume, dass du lebst und die Träume, in denen du dich befindest, gar nicht deine sind, sondern die deine Eltern. Und du merkst, dass es dich gar nicht mehr glücklich macht. Oder du hast Depressionen, weil du deine Träume nicht gelebt hast oder weil du auf Dinge verzichtet hast, die du geliebt hast. Und jetzt stellst du fest, dass das nicht deine Regeln waren. Dass du die Regeln, deine Eltern, deine Familie, deine Ahnen oder das, was dir eingeprächtigt wurde oder viel zu viel Wert auf dein Gelegt hast, was dein Umfeld von dir denkt. Und das hat jetzt zu einer Depression geführt. Und was dich daran hindert, deine Ziele zu erreichen, ist A, dein wahres Identität kennenzulernen, zu wissen, wer bin ich? Wer? Was ist? Was ist? Wer bin ich? Was möchte ich? Was sind meine Träume? Und dich diesen Ängsten zu stellen, die dich daran hindert, diese Trauer zu stellen über einen Verlust von jemandem, den du geliebt hast, weil du nicht durftest mit diesem Ängsten zusammen sein. Der Verlust deiner Träume, die du nicht leben durftest, weil du nicht durftest diesem Traum leben. Der Verlust eines Jobes, dass du dir geträumt hast, zu haben, aber nicht konntest, weil du in einen Familienbetrieb eintreten musstest. Vielleicht ein Leben, das du lebst, das dich unglücklich macht, weil es nicht dein Leben ist, nicht das ist, was du leben möchtest, sondern du die Regeln befolgt hast, nur damit du keine Ärger hast. Hier bist du wirklich ganz heftig aufgefordert, aufzuhören, weiterhin Gift zu trinken. Do not things you know are bad for you. Ich habe auch das Gefühl, dass Gruppe 2, du dazu tendierst, ein Suchtverhalten zu entwickeln mit deinen Depressionen. Vielleicht hast du Medikamentenprobleme, vielleicht nimmst du Antidepressiva. Bitte entschuldigt, wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich und offen bin. Ich bin hier wirklich gebeten worden von der geistigen Welt, dich zu bitten, professionelle Hilfe dir zu suchen, wenn du wirklich in so einer Situation bist und das Gefühl hast, es alleine durchziehen zu müssen. Bitte lass dir helfen. Hilfe anzunehmen ist kein Zeichen der Schwäche, sondern eher ein Zeichen der Stärke. Und es ist wichtig, dass du das erkennendlost. Aber wenn du wegen deinem Trauer zu viel trinkst oder dich in Alkohol verlierst oder in Rauschmitteln oder dich selbst zerstörst, indem du zu viel isst oder zu wenig isst, Magersucht hast, Bulimie hast, Gewichtsprobleme hast, es gibt so viele verschiedene Formen von Sucht, Kaufsucht hast, Depressionen hast, keine Ahnung, einfach in deinem Leben alles nur scheiße findest oder was auch immer du gefährdet bist, wirst du hier bitte aufgefordert aufzuhören, dieses Gift weiter zu trinken. Beginne zu erkennen, wer du wirklich bist. Beginne zu erkennen, wo du dich musst von diesem Glaubensmuster deine Familie lösen und wo musst du dich bitte anfangen, dein Potenzial ausleben, wer du wirklich bist. Und hör auf, jemand zu sein, das man von dir erwartet, dass du bist, statt jemand zu sein, dass du wirklich bist. Und beginne wirklich mal, dich von diesen Regeln zu befreien. Ja, Regeln sind unfair. Manche Regeln müssen wir befolgen, aber manche Regeln müssen wir auch durchbrechen. Und besonders, wenn es Regeln sind, wenn es um dein Leben geht. Und man kann nicht eine Identität von jemand anderem mit sich herumtragen und ein glückliches Leben führen. Das funktioniert nicht. Ich weiß, worum es geht. Ich habe alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, war es, um die Aufmerksamkeit meines Vaters zu bekommen. Und dass er stolz auf mich ist. Und je mehr ich gemacht habe, desto weniger stolz war er auf mich. Weil ich einfach alles getan habe, was er nicht von mir erwartet hat. Bis er dann irgendwann festgestellt hat, ob er ein Rival ist oder stolz ist auf mich. Und siehe da, da war er plötzlich stolz auf mich. Und es geht hier in diesem Leben um dich und deinem Leben. Und du hast vielleicht ein Thema mit dir mitgebracht, eine Ahnung, Linie zu durchbrechen und endlich dein Potenzial zu leben, dein wahres Ich zu leben, deine Träume zu leben. Und wenn du wirklich mit Depressionen zu tun hast, dann überprüfe, wo du deine Trauer über deine nicht gelebten Träume, über diese Regeln, die dir aufgelegt wurden, oder über verplatzte Träume oder verlorene Dinge in deinem Leben, die du nicht leben durftest, die ertränkst in Gift und erfreie dich davon. Ich wusste gar nicht, dass diese Readings so intensiv werden. Okay, mein Schatz, dann schauen wir mal an, woher kommt das? Die Ursache. Was ist die Ursache von diesem ganzen Ursprung? Wir haben zwar schon die Ursache gesehen jetzt hier, aber ich werde trotzdem mal schauen, wo der Ursprung ist. Was der Ursprung von deinen Depressionen ist. Was der Ursprung, weil bei jedem ist es was anderes. Spür, bitte zeigt mir, was ist die Ursache für diese Depression, für diese Trauer, für diese Trauer über nicht gelebte Träume oder diese Trauer über Schmerz, dieses alles. Was ist die Ursache dafür? Woher kommt das? Wir haben den Neptun, das ist auch die Fische. Your fantasy, yearning, longing and potential for illusion. Ja, du wirst, vielleicht wachst du gerade aus einer Illusion auf und stellst einfach fest, dass du die ganze Zeit, egal was du getan hast, die Bedürfnisse deiner Eltern niemals erfüllen wirst. Und dass du immer, nie gut genug sein wirst. Das ist für eine Gruppe reingekommen. Für die andere Gruppe ist, du wirst jetzt wach und erkennst, dass du überhaupt nicht dein Leben lebst, sondern eine Illusion. Und du erkennst, dass du unglücklich bist in dieser Illusion, in dieser Bubble, in der du dich befindest. Für die dritte Gruppe ist, du hast Dinge verloren, die dir wichtig waren. Und jetzt wird es dir bewusst, dass du einen hohen Preis dafür bezahlt hast. Und das macht dich traurig. Für die vierte Gruppe, du hast auf deine Fantasie, auf deine Träume verzichtet, um andere im Glück recht zu machen. Und das wird dir jetzt bewusst und verursacht diese Trauer. Also, Gruppe A2, bitte unbedingt mit dir selbst arbeiten. Fange bitte an, dein Leben zu leben. Fange an, herauszufinden, was du tun kannst, um dich deine Ängste zu stellen. Du musst in diesem Leben niemandem gerecht werden, nur dir selbst. Und wir haben Aries. Neptun und Aries, das ist Fisch und Witter. Kann beides jetzt hier ausgesprochen sein. Ich glaube, der Neptun wird auch, ich bin nicht sicher, ob Neptun, ob Fisch, bin jetzt nicht sicher. Eigentlich sollte ich mich schämen, ich habe ja Astrologieausbildung, aber das ist so viel Stoff in der Astrologie, dass ich mir das nicht alles merken kann. Moment, ich gucke noch mal ganz kurz. Neptun, 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 Neptun regiert. The part of the magic fairy castle may not be the time. Bop, 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 steht nichts. Ja, es kann sein, dass es Wassermann und Fische vom Neptun repräsentiert. Ich bin jetzt nicht sicher, bitte hängt mich jetzt nicht da auf. Auf jeden Fall haben wir hier den Wider. Ich weiß leider, diese Zeichen nicht. Es kann sein, dass es Fische sind, es kann aber auch, nein, Fische sind aber auf jeden Fall anders. Es kann sein, dass das, ich glaube, Neptun repräsentiert die Sternzeichen Fisch. Es kann aber auch sein, dass es auch andere Sternzeichen repräsentiert. Ich weiß es nicht. Also es kann sein, dass es eine explizite Antwort für manche Fische und manche Wider sind. Es muss aber nicht heißen, dass es damit zu tun hat. Hier geht es um das Thema. Es geht hier darum, the energy around you, the dynamic and the spontaneous and crux are the impulsive action is likely. Also hier geht es einfach darum, dass es hier bei dir eine Wut in dir drinnen geht, die Energien um dich herum sind, dass sie dich traurig machen. Vielleicht bist du wütend auf dich selbst, dass du deine Träume nicht gelebt hast, sondern einfach Erwartungen anderen immer erfüllt hast. Oder du bist wütend auf dich, dass du das nicht geschafft hast zu durchbrechen. Oder es sind die Energien um dich herum, die dich traurig machen und die Dynamik. Vielleicht hast du auch übereilig Entscheidungen getroffen, die du heute bereuen tust, aus dieser Dynamik heraus, aus diesem, was dir eingeträchtigt wurde, heraus. Und hier kommt diese Trauer. Über vielleicht impulsive Entscheidungen, die du getroffen hast, die du heute bereust oder die Energien um dich herum, wie du großgezogen wurden bis von deiner Familie oder immer der Eris ist der Kriegergott. Das ist auch immer diese Wutenergie, die dich vorangetrieben hat und du bist immer mit Wut konfrontiert worden. Und auf der anderen Seite ist Neptun, der Energie eigentlich, wo es um deine Gefühle geht und deine Bedürfnisse und deine Erwünsche geht. Und ich habe das Gefühl, dass hier zwei Energien so gegensätzlich aufeinander knallen, wo es dann darum geht, dass du deine Bedürfnisse überhaupt nicht leben durftest, weil du einfach auf alles verzichtet hast und diese Wut in dir auf dich selbst, am Ende vergisst du, richtet sich die Wut immer auf dich, weil du hast diese Entscheidungen getroffen. Ob es jetzt aus Angst war oder aus Feigheit war oder aus Bedürfnis nach Anerkennung war, das ist egal, du hast es getan. Am Ende vergisst sich jede Wut immer nur auf uns selbst. Und hier gilt es, das anzuschauen und zu heilen und die Ursache anzugehen. Deine Wut, Selbstvergebung, Bedürfnisse, die du nicht gelebt hast, Trauer und Sehnsüchte. Da liegt die Ursache für deine Depression, für deine Schmerzen. Oder übereiltes Handeln, aggressives Handeln. Vielleicht hast du anderen Menschen wehgetan, weil du die Meinung warst, weil dir das nicht war, dass er eingeträchtigt wurde oder du einfach das Gefühl hattest, ich verliere die Anerkennung meine Eltern, wenn ich nicht so handele, ist egal. Es geht einfach darum, dass diese Themen hier angesprochen werden. Die Energien um dich herum brauchen deine Aufmerksamkeit. Sei es jetzt, dass du in den Energien drinnen dich befindest, die dir nicht gut tun oder Energien von dir selbst, die dir nicht gut tun. Weil der Mars, der Aries, der Wider können destruktiv wie auch konstruktiv sein. Du kannst deine Wut konstruktiv nutzen und dich voranzupirschen. Das habe ich gemacht. Ich habe meine ganze Wut auf mich selbst, auf die Entscheidungen, die ich getroffen habe, Schmerzen, die ich erlagt habe, genutzt, um mich weiterzuentwickeln, um meine Ziele zu erreichen. Und je mehr man mich auf den Boden geknallt hat, je wütender bin ich aufgestanden und habe gesagt, und jetzt erst recht erreiche ich meine Ziele und jetzt erst recht beweise ich allen, dass ich es wert bin, geliebt zu werden und dass ich all meine Ziele erreiche, egal wie weh es tut. Es war ein schwerer Weg, ja, aber ich habe die Wut konstruktiv genutzt und nicht als Rache. Ich habe es nicht als Rache genutzt, meinen Vater weh zu tun oder meine Eltern zu bestrafen oder meinen Ex-Mann zu bestrafen oder meinen Ex-Freund zu bestrafen, sondern ich bin einfach vorwärtsgepirscht und habe alles hinter mich gelassen und habe nicht mehr zurückgeblickt und habe gesagt, ich will dort nicht mehr zurückblicken und in dieser alten Energie bleiben, sondern ich nutze diese Wut, um meine Ziele zu erreichen. Und da wirst du aufgefordert, da ein bisschen die Ursache anzuschauen. Was ist bei dir? Ist es denn Nostalgie über Verlust, über Schmerz, über nicht gelebte Träume, über Menschen, die du verloren hast, weil du auf sie verzichtet hast, weil die nicht gut genug für deine Familie oder für deine eigenen Glaubensmuster waren und jetzt stellst du fest, dass es eigentlich wertvolle Menschen waren, die du verloren hast, Freunde, Familie, Partner oder was auch immer. Oder aber ist es die Wut auf dich selbst, weil du Dinge zerstörst hast in deinem Leben, die wertvoll waren. Da sind zwei Energien, die aufeinander knallen. Es kann sein, dass zwei Gruppen hier vorhanden sind. Bitte fülle in dich hinein, was deine Gruppe repräsentiert. Gruppe 2. Was hilft dir oder was kannst du tun, um diese Energien zu heilen, aus dieser depressiven Energie rauszukommen, deine Ziele anzugehen, deine Ziele zu erreichen, vorwärts zu pirschen, um das zu bekommen, was du gerne möchtest. Was hilft Gruppe 2 Spirit? Was kann Gruppe 2 tun, um aus diesen Energien rauszukommen? Was kann Gruppe 2 tun, um aus diesen Energien rauszukommen? Wow. Prosperity. Und Water, ja, Gruppe 2, bei dir ist sehr viel mit Wasser verbunden. Emotionen. Schau dir deine Emotionen, diese Mangelenergie, dieses Gefühl, du verdienst es, nicht glücklich zu sein, weil du vielleicht Dinge getan hast, die du heute beruhigst. Wir schauen noch kurz mit der Schamanenkarte. Ich möchte da noch eine Zusatzkarte dazu ziehen, weil oft gibt er mir noch einen Anhaltpunkt noch dazu. Gruppe 2. Die Zahl 3 könnte eine wichtige Zahl für dich sein, vielleicht eine Lebenszahl für dich. Das kann zum Beispiel die Zahl 30,3 sein. Wenn du 30,3 Lebenszahl hast, kann das vielleicht ein wichtiger Indikator für dich sein, wo zum Beispiel am dritten geboren sind. Oder den dritten Monat, der Neptunfische, der dritten Monat oder Witter. Die haben Witter auch, wo im dritten Monat geboren sind. Ich habe so das Gefühl, hier Fisch und Witter werden sich hier relativ zügig finden. Also es scheint ein Thema von Fisch und Witter zu sein, aber ich weiß auch, dass Fisch und Witter diese Energien repräsentieren. Also wenn du jetzt nicht Fisch bist oder nicht Witter bist, heißt das nicht, dass es nicht für dich ist. Aber ich sehe hier Feuerzeichen, zum Beispiel die 3 und 5 ist die 8. Auch der 8 ist der Löwe, Jungfrau können hier angesprochen werden. Dann die 3 haben wir zweimal hier repräsentiert. Der 3 könnte dein Lebenszahl sein, dein Geburtstag sein oder dein Geburtsmonat sein. Der 5 könnte der Stier dein Monat sein. Der 9, der 8 ist ja auch die Jungfrau, sorry, die Jungfrau könnte hier auch vorhanden sein. Der Witter. Also bitte fühl ich dich hin an, ob das eine bestimmte Bedeutung für dich hat, diese Zahlen. Aber 3, habe ich das Gefühl, entweder ist der 3 eine wichtige Botschaft für dich, deine Lebenszahl oder dein Thema. Überprüfe mal die Zahl Nummer 3 und wir haben hier Adaptability. Adaptability ist einfach für mich eine Karte Adaptability. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich glaube, ich spreche so viele Sprachen, dass ich jeden Dialekt in jeder Sprache mittlerweile so eingefügt habe, dass ich keine einzige Sprache mehr wirklich rein sprechen kann. nicht einmal die, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich habe immer einen Mischmasch aus allen Fragen. Und das ist die Karte der Anpassung. Also, was du tun kannst, Gruppe 3, was hilft dir, äh, Gruppe 2, Entschuldigung, was hilft dir, aus dieser Energie auszusteigen, was hilft dir, dich zu befreien von dieser ganzen Energien, ist erstmal, bitte lerne das Geben und Nehmen in Gleichgewicht zu bringen. Das bedeutet auch, die Fülle werde dir über dem bewusst, was du nach außen sendest und was zu dir zurückkommt. Überprüfe, wo bist du im Mangel und fokussiere dich auf die Fülle und gib, ohne zu erwarten und erwarte von dem Universum, dass es dir zurückgibt. Das Universum gibt dir nur etwas zurück, wenn du ohne Erwartung gibst, wenn du aus Herzen herausgibst, ohne zu erwarten, dass etwas zu dir zurückkommt. Glaube daran, dass du in Fülle leben kannst, dass die Fülle ein Teil deiner Geburtsrechte ist und sei dankbar für alles, was du jetzt schon in deinem Leben hast, wenn du im Mangel bist, weil Depression ist ein Mangelenergie. Depression ist, dass deine Seele Nahrung braucht, deine Seele schreit um Hilfe. Depression, Trauer ist einfach immer bei dir selbst zu finden. Wo lebe ich nicht meine Authentizität? Wo lebe ich nicht mein wahres Ich? Wo kann ich mich selbst nicht vergeben? Wo verzichte ich auf mein Glück zum Wohle Anderen? Da kann in verschiedenen Art und Weisen sein. Das ist deine erste Karte. Bring deinen Fokus auf die Fülle und komm aus dem Mangel raus. Fokussiere dich jeden Tag einen kleinen Schritt auf das, was du hast, was dich glücklich macht. Ob es jetzt deine Katze ist, dein Kind, dein Hund, dein Dach über dein Kopf, dein heißes Wasser. Ich sage jeden Tag danke, wenn ich unter der Dusche bin und unter warmem Wasser geht, dann stöhne ich und sage auch danke, 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 danke für diese warme Dusche, dass ich da fahren darf. Heute bin ich, mein Sohn habe ich zur Arbeit gefahren, weil er für seine Gesellenprüfung Stallfelder musste lackieren und die sind so schwer. Da habe ich gesagt, komm, ich habe frei, ich fahre dich zur Arbeit und habe ihn dort abgesetzt und auf dem Weg habe ich gedacht, komm, ich fahre nach Luxemburg tanken, weil ich die Tankpreise hier nicht mehr toleriere und bin nach Luxemburg und gerade fahre ich an Wasser billig vorbei und da ist ein Haus gewesen, der von einer riesigroßen Trauerweide umgeben war und das hat mich so berührt, weil es so schön war und dann bin ich gerade in so einer Allee mit grünen Blütenbäumen, mit dieser saftigen Frühlingsblüten und mir hat das Herz so berührt, ich bin in Tränen ausgebrochen und habe gesagt, mein Gott, wie schön ist die Gaia, wie wunderschön ist diese Natur, danke für dieses wunderschöne Anblick und das sind die Dinge, die dich immer mehr Dankbarkeit in deinem Leben bringen werden, wenn du dich einfach an kleine Dinge erfreust, die du schon hast, die dir da sind, du lebst in einem Land, wo das Sozialsystem noch funktioniert, auch wenn es einfach korrupt ist, es funktioniert, du bekommst immer noch, was du rausgibst, wenn auch nicht viel, du lebst in einem Land, wo du immer noch kannst alles kaufen, was du möchtest, du lebst immer noch in einem Land, und das dir frisches Wasser zur Verfügung stellt, wo du aus deinem Hahn heraus trinken kannst und das sind die Dinge, die dir helfen werden, zu erkennen, wie wertvoll du bist und wie wertvoll das Leben ist und wie viel Fülle, in wie viel Fülle du lebst und das wird dir Schritt für Schritt aus der Depression raushelfen. Dann überprüfe, wo du dich anpassen tust und befreie dich von dieser Anpassung. Du musst dich nicht anpassen, um geliebt zu werden, das habe ich festgestellt. Wenn ich ich bin, wenn ich mein wahres Ich lebe, mein Potenzial lebe, mich so gebe, wie ich bin, vor allem, ich lerne mich so zu nehmen, wie ich bin, mit all meinen Macken, dann werden die Menschen in deinem Leben kommen, die dich genauso lieben mit all deinen Macken. Und man wird darüber Witze reißen, und trotzdem wird man mit diesen Menschen glücklich werden. Weil diese Menschen, du musst ihnen nicht etwas vorspielen zu sein, sondern du bist das einfach. Und diese Menschen werden auch mit dir Streit haben, aber sie werden dich für deine Einzigartigkeit genauso lieben, wie du sie liebst. Wir sind alle ein kleines bisschen anders und einzigartig. Also, pass dich nicht an, überprüfe, wo passt du dich die ganze Zeit an, nur damit du akzeptiert wirst, ob es jetzt von deinem Umfeld ist, von deiner Familie ist oder was auch immer, und befreie dich davon und wir haben auch hier die Zahl 6 und 4. Es kann sein, dass 6 der 3. für einige von euch wichtige Zahlen ist, der 4. 3. könnte eine wichtige Zahl sein, der 3. 6. könnte eine wichtige Zahl sein, der 3. 4. könnte eine wichtige Zahl sein, das kommt jetzt bei mir rein, vielleicht findest du dich jetzt gerade hier ganz spezifisch. Und warum ich das sage, ist, weil der Spirit mir sagt, dass da Botschaften sind für ein paar von euch, wo wirklich diese Zahlen als Geburtsdatum haben, und die jetzt ganz dringend hierhin geführt wurden, um Unterstützung zu bekommen. Vielleicht ist auch der 8. 3. für dich eine wichtige Zahl, der 8. 3. 3. 8. 6 und 4 gibt 10, das ist die Vollendungszahl, vielleicht bist du dann 10. 3. 8. 8. 10. 10. 8. Bitte spiel mit den Zahlen rum und finde für dich selbst heraus, was es ist. Aber der Zahl 6 ist auch die Herzheilung, in die Vergebung zu gehen, sich selbst zu vergeben und allen anderen zu vergeben. Und die materielle Fülle. Und der 4 ist wieder das spirituelle Wachstum. Spirituelle Wachstum geschieht, spirituelles Erwachen geschieht durch Herzheilung. Und ich habe das Gefühl, dass du durch die Engel gerade sehr viel Unterstützung bekommst, aufgrund deiner Situation, um in die Heilung zu gehen, um deine Themen zu erkennen. Und manchmal, ja, das Leben tut uns weh, damit wir erkennen, dass wir auf ihr Wegen sind. Dass wir vom Weg abgekommen sind. Und durch diese Erkenntnis finden wir den Weg wieder zurück. Ja, es ist schmerzhaft. Und im ersten Augenblick hast du das Gefühl, es zerreißt dich. Es bringt dich um. Ich habe dieses Gefühl alles hinter mir. Aber wenn du es durch bist, wenn du durch die dunkle Nacht der Seele bist, wirst du am Ende der Tunnel ankommen und du wirst die Tür öffnen und du wirst dieses Licht aufsaugen und du wirst erkennen, dass dieser Weg das Beste war, was du jemals gehen konntest. Weil es dir nämlich alles bringen wird, was dich glücklich macht, Gruppe 2. Das wünsche ich dir. Und natürlich Wasser. Überprüfe deine Emotionen, Gruppe 2. Was ist es, was dich überfordert in deinem gegenwärtigen Leben, in deinem Berufsleben? Hast du dir zu viel aufgeheißt? Oder erfüllst du, lebst du ein Leben, ein Berufsleben, das dich überhaupt nicht glücklich macht, das dich überfordert, aber du gibst nicht auf, weil sonst wird deine Familie, dein Umfeld oder was auch immer was von dir denken. Bitte überprüfe das. Schau deine Emotionen an. Ist es dein Job, das dich so unglücklich macht? Und du gibst es nicht auf, weil deine Familie oder deine Frau, deine Kinder von dir erwarten, dass du eine gewisse Sicherheit mit nach Hause bringst. Du bist nicht hier, um die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen, Gruppe 2. Du bist hier, um deine eigenen Erwartungen zu erfüllen. Und dadurch erfüllst du automatisch die Erwartungen der Menschen, die du liebst. Wenn du glücklich bist, sind auch alle anderen um dich herum glücklich. Wenn du aber unglücklich bist, zerstörst du alles um dich herum. Und wir haben hier How are you traveling emotionally in life? Wie gehst du mit deinen Gefühlen und schaust du sie dir überhaupt an? Oder unterdrückst du die ganze Zeit und sagst, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ich gehe jetzt mal weiter. Irgendwann einmal werden daraus Depressionen, weil wir diese Emotionen nicht anschauen, weil wir darauf verzichten, unsere Gefühle, Trauer, den Schmerz, den Kummer zu stellen. Wir können sie bis zu einem gewissen Punkt in eine Schublade schieben. Aber was hast du das Gefühl? Das geht mit dem nächsten Klogang raus. Nein. Das geht in deine Zähne rein. Und es wirkt im Hintergrund und bringt die Situationen in deinem Leben, damit du sie anschaust. Das ist auch das innere Kind in dir, die deine Aufmerksamkeit von dir fordert. Und er verursacht all diese Dinge im Außen, damit du nach innen schaust. Und And you Are you struggling to reach your goals? Ja, das ist eigentlich dieser Text, den ich geschrieben habe. Hast du Probleme damit, deine Ziele zu erreichen? Wenn ja, dann schau dir bitte diese Themen an, die ich dir jetzt hier aufgezeigt habe, Gruppe 2. Gruppe 2. Schauen wir mal weiter, was für eine Unterstützung aus der geistigen Welt bekommst du? Was für eine Hilfe gibt dir die geistige Welt in dieser Situation? Also worauf kannst du dich aus der Sicht der geistigen Welt verlassen, dass dir die Hilfe und die Unterstützung zugeteilt wird, wenn du bereit bist, dich dem zu stellen, was hier jetzt hier aufgezeigt wurde. Gruppe 2. Spill, bitte zeig mir, was für eine Unterstützung und Hilfe wird denn Gruppe 2 aus der geistigen Welt? Wow. Catch me. Was für eine schöne Karte, Gruppe 2. Ich muss fast weinen. Schau mal an, diese Frau steht an der Brücke und springt und weiss, dass hinten die Krähe sie hochheben werden. Gruppe 2, die Unterstützung, die du von der geistigen Welt bekommst, ist, dass du vertrauen darfst, dass egal was du tust und wenn du dich denn stellst, dass du aufgefangen wirst, dass wenn du loslässt, dass du unten weich landest und hab Vertrauen, in das Ungewisse hinauszutreten, auch wenn du nicht weißt, was dich erwartet. Hab Vertrauen, dass du getragen wirst von der geistigen Welt. Was für eine Unterstützung bekommst du von der geistigen Welt? Gruppe 2. Der geistige Welt sagt auch, du kannst uns vertrauen. Du kannst uns vertrauen und dich uns hingeben. Wir werden dich tragen. Wir werden dir helfen. Wir sind für dich da. Du bist nicht allein. Du musst da nicht alleine durch. Wir werden dir richtigen Menschen in deinem Leben bringen. Wir werden dir die Heilung bringen. Wir werden dir Vergebung bringen. Und wir werden dich auffangen. Du wirst weich landen, aber du musst das Vertrauen haben in das Ungewisse hinauszutreten und dich zu befreien. Was war nun das Stück von Gruppe 2 aus der geistigen Welt? Gleichgewicht. Sie werden dir helfen, das innere Balance wiederzufinden. Das ist für die, die depressiv sind, die Trauer empfinden, die Schmerzen empfinden, die aus dem Gleichgewicht geraten sind. Das Böbel sagt dir, ich werde dir das Gleichgewicht bringen, wenn du mir vertraust und springst in das Ungewisse und das tust, was du tun sollst und was dich glücklich macht, auch wenn du Angst davor hast. Tu es. Und ich unterstütze dich. Ich fange dich ab. Und ich gebe dir die Kraft, deine Ziele zu erreichen. Wow. So schöne Karten. Und die letzte Karte. Ich werde dir die Kraft geben, dich so zu akzeptieren, wie du bist. Denn du bist so, wie du bist. Du bist perfekt und gut, gut, gut bezweig. Du bist ein Gottesgeschenk. Und Gott hat keine Fehler gemacht, dass er dich erschaffen hat. Der Einzige, der sich ablehnt, das bist du selbst. Ich werde dir helfen, dass auch die Menschen um dich herum die Entscheidungen, die du triffst, akzeptieren werden. Und ich werde dir helfen, dass du von deinem Umfeld akzeptiert wirst. Nämlich genauso, wie du bist. Du musst nicht jemand anderes sein. Ich freue mich, Gruppe 2, für dich, wenn du diesen Schritt wagen würdest und einfach den Sprung machen würdest. Okay, Gruppe 2, für dich, gucken wir jetzt zuerst die Heilpunkte. Falls du diese Matrixwelle nicht möchtest, dann suche ich jetzt die Heilpunktkarte raus, arbeite damit und dann schalte aus und danach mache ich die Matrixwelle, der dir hilft und unterstützt. Also das ist die Selbstheilungskräfte aktivieren und unterstützen, damit du deine Ziele erreichst. Spirit, bitte zeig mir, welche Heilpunkte hilft Gruppe 2 aus dieser Situation raus? Welche Heilpunkte wird Gruppe 2 aus der Situation heraus helfen? Welche Heilpunkte hilft die Gruppe 2? Spirit, welche Heilpunkte kann ich die Gruppe 2 aus unterstützender Kraft für dieses Reading mitgeben? Okay. Wir haben hier zwei Karten, drei Karten sogar. Einmal Eigenverantwortung, das sind die Punkte, schau sie dir bitte an, du kannst es auch aufhalten und kannst es fotografieren und dann für dich selbst behalten. Und dann haben wir hier Eigenverantwortung, ich lese es dir gleich vor, dann haben wir den Schock, der Trauma zu überwinden, was auch immer passiert, wie es in deiner Kindheit vielleicht, was der Ursache ist. Die zwei Punkte hinten am Becken und am Brust. Schock, ich werde es auch vorlesen gleich und Kapazität, ich nutze die volle Kapazität meines Potenzials. Das sind beide Ohr und Stirn. Gut, ich fange jetzt erstmal an mit der Eigenverantwortung. In Situationen, in denen du nicht klar bist, dich trotzig fühlst und anderen für deine Lage verantwortlich machst. Das ist für die Gruppe, die diesen Heilpunkt brauchen. Dieser Heilpunkt gehören zu den wichtigsten im System. Sie bringen Klarheit in jeder Situation und fördern das Bewusstsein für die Eigenverantwortung. Manchmal müssen sie in Verbindung mit dem Punkt zum Aufhebung von Trotz gehalten werden. Dann verbirgt sich hinterher die tiefsitzende Weigerung, zu sich zu stehen und Verantwortung zu übernehmen. Die rechte Hand, den Mittelfinger unter das Ende des Brustbeins legen, die linke Hand, den Mittelfinger an das Ende des Steilsteins leben. Also beide Hände benutzen. Eigenverantwortung und dann sagst du, wenn du das, nein, das ist nur eine Film, Entschuldigung, dann sagst du, ich lasse los und habe die Kraft und den Mut, ich zu sein. Ich nehme die Verantwortung an im Zellbewusstsein, im Zellgedächtnis, in jeder Beziehung, auf allen Ebenen, zu allen Zeiten, in allen Dimensionen und Inkarnationen jetzt danken. Das für die eine von der Gruppe 2, für die nächste von der Gruppe 2 kann sein, dass das dein Thema ist, Kapazitäten bei Arbeiten, die Konzentration erfordern. Dieser Punkt helfen bei der Arbeit, beide Gehirnhälften, die analytischen und die kreativen werden aufgefordert, wach zu sein. Halte die Punkte, bevor du mit deiner Arbeit beginnst und auch zwischendurch begrüsse deine beiden Gehirnhälften und bitte sie um gute Zusammenarbeit. Das ist für die, die vielleicht Depressionen, Erschöpfungszustände haben. Rechte und linke Hand die Daumen hinter die Ohrläppchen legen und mit der Mittelfinger die Stirn, Bein, Höcker halten. Ich nutze die volle Kapazität meines Potenzials im Zellbewusstsein, im Zellgedächtnis, in jeder Beziehung, auf allen Ebenen, zu allen Zeiten, in allen Dimensionen und Inkarnationen jetzt danken. Und die dritte Karte ist für die, wo unter einer Traumata leiden, Schock, in aktueller Schocksituation und bei der Aufarbeitung von vergangenen Schocks. Siehe auch Anleitung. Das Haltende Punkte bewirkt die Auflösung einer Schocksituation auf der Körper- und Seelenebene. Vergangene oder aktuelle Geschehnisse beeinflussen dich dann nicht mehr. Denke während der Haltens an das Schockerlebnis oder an Geschehnisse, die dich verletzt oder gekrägt haben. Rechte Hand, Daumen und Mittelfinger in der kühlen unter der Schlüsselbeine, in der kühlen unter der Schlüsselbeine, spreizen und dann eine Rippe tiefer in den Zwischenräumen der zweite und dritte Brustrippe legen. Okay? Daumen und Mittelfinger in die kühlen unter der Schlüsselbeine, spreizen und dann eine Rippe tiefer in die Zwischenräume der zweite und dritte Brustrippe legen. Linke Hand mit Zeige und Mittelfinger eine V-Form und die Fingerkuppen neben dem Anfang der Gesäßhälfte legen. Gesäßfalte legen, sorry. Also so sieht das aus. Ich hoffe, dass Sie sonst anhalten, fotografieren und dann weißt du auch Bescheid. Okay, das sind die Heilpunkte für Gruppe 2. Gruppe 2, falls du jetzt die Matrixwelle nicht haben möchtest, dann schreibe bitte jetzt aus. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, Gruppe 2 und die Kraft, die du brauchst, um dich zu befreien von all diesen festgefahrenen Strukturen. Ich kenne dieses Thema sehr gut. Ich habe Gott sei Dank Gruppe 3 gewählt, aber ich wäre auch sehr geschockt gewesen, wenn ich jetzt die Gruppe 2 gehabt hätte, weil ich das schon hinter mich habe. Aber ich kenne den Weg. Ich weiss, dass es beängstigend ist und sehr viel Kraft von dir fordert. Aber ich verspreche dir, wenn du den Weg gehst, wirst du Heilung auf allen Ebenen erfahren. Und du wirst ein Leben haben, von dem du dir nie im Leben gedacht hättest, was du jemals haben wirst. Gruppe 2, ich drücke dich aus der Mitte meines Herzens. Ich liebe dich und ich wünsche dir all die Kraft und all die Unterstützung und all die Liebe, die du benötigst, dass dir zur Seite gestellt wird, um dieses Thema zu heilen. Gruppe 2, auch dir danke für das Energieausgleich. Energieausgleich, danke, durch das Teilen, durch das Kommentieren, durch vielleicht auch einfach an dich selbst zu arbeiten. Das ist auch eine Form von Energieausgleich für die Arbeit, die ich dir, für dich mache hier und dass du die Hilfe annimmst, nehme ich auch Energieausgleich. Und danke dir, dass du da dabei warst. Vielleicht magst du mir auch einen Kommentar hinterlassen, wie es dir dabei geht. Wir sind eine Licht-Community. Vielleicht magst du auch in unserer Gruppe, in der Satori kommen, auf Facebook, Satori Awakening und Twin Gruppe. Da findest du sehr viele Gleichgesinnte, die dir vielleicht die Kraft geben, aus dieser Energie rauszukommen und dir die Unterstützung geben. Es sind sehr viele Lichtarbeiter, die dir auch mit Lichtarbeit unterstützen können. Fülle dich hinein auf das, was für dich ist. Du findest den Link zu den Gruppen in der Informationsbox unterhalb von dieses Video. Drücke dich um ein Zwei. Für die anderen, die der Matrix mitmachen möchten, werde ich jetzt hier eine Karte für dich ziehen. Gruppe Zwei. Welche Energieportal unterstützt die Gruppe Zwei bei ihrer Heilung oder seiner Heilung? Bitte achte darauf, wenn du noch nie eine Matrixwelle bekommen hast, dass du bitte darauf achtest, entweder vorne an deinem Stuhl zu sitzen, den Rücken nicht anlehnen, weil es ist eine Welle, die kommt. Und diese Welle könnte sein, dass es dich nach hinten drückt. Dann lass es passieren. Falle nach hinten. Für diejenigen, die eine Erfahrung mit Matrix-Inform haben, dann kannst du dich aufstellen, aber achte darauf, dass hinter dir ein Stuhl, ein Bett oder ein Sofa ist. Und wenn die Welle kommt, lass dich einfach fallen. Falls du nur ein Kribbel spürst oder ein Ziehen spürst, ist es auch in Ordnung. Falls du gar nichts spürst, es bedeutet nicht, dass es nicht angekommen ist. Du bist aber vielleicht noch nicht offen dafür. Also, Energie wirkt immer. Wenn du offen dafür bist, dann kommt es immer an. Spirit, ich bitte darum, dass mir das Energieportal für die Gruppe 2 und seine Themen, was hilft Gruppe 2 hier, welches Energieportal hier hilft Gruppe 2 bei der Heilung? Ich bitte darum, dass mir das Energieportal gezeigt wird für Gruppe 2. Wow, die Ganzwertung. Was für ein schöner Energieportal. Das ist die Energieportal 12, die Ganzwertung. Durch energetische Heilung entsteht Ganzwertung. Übergeordnete kosmische Sichtweise. Verstreute Seelenanteile finden zueinander. Reparatur der Hauptchakren sowie der Nebenschakren. Gruppe 2. Ich werde jetzt für dich diese Energieportal aktivieren. Ich möchte dich darum bitten, darauf zu achten, dass deine Füße auf dem Boden sind, dass du nichts gekreuzt hältst und es wird nichts geschehen, was du nicht willst. Das bedeutet einfach, dass die Energiewelle nur wirkt, wenn du auch mit deinem freien Wille dabei bist. Ich verbinde mich mit der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung und aktiviere nun Energieportal 12, die Ganzwertung, für meine Gruppe 2, die sich hier aus freiem Wille entschieden haben, diese Energieportal, diese Energiewelle zu empfangen. Aktivierung Energieportal 12, die Ganzwertung, für Gruppe 2, meine Zuschauer und Zuschauerinnen und alle, die hierhin geführt werden, aus freiem Wille, jetzt. Die Hände werden in keinemes hierher in der Leute und die Menschen in der Leitungen Wir snugern. Verkehrt auf der Leitungen wachsen. Okay, Kuppa 2. Kuppa 2, auch dir danke ich von ganzem Herzen, dass du heute hier dabei warst. Ich danke dir für deine Kommentare, für dein Like, für das Teilen dieses Videos. Ich danke dir, falls du das als Energieausgleich machst, auch dafür. Ich danke dir für dein Sein. Ich danke dir für deine Liebe. Und ich danke dir, dass du meinem Spirit vertraust, um einen Weg aus dieser Situation, in der du dich befindest, herausfindest. Und ich wünsche dir als ganzer Mitte meines Herzens alles, alles Liebe auf deinem Weg und die Kraft, die du brauchst und die Hilfe, die du brauchst, um diese Situation hinter dir zu lassen. Kuppa 2. Namaste. Hallo Gruppe 3. Herzlich Willkommen zu Deiner Reading. Was hindert dich daran, deine Ziele zu erreichen? Ich habe mich auch für die Gruppe 3 entschieden und bin mir gespannt, dass uns jetzt da an Themen aufgezeigt werden. Und freue mich, mit dir zusammen heute in die Tiefe und in eine natürliche, aber auch tiefe Heilung zu gehen. Aus der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung, aus der Quelle allem sein, rufe ich die kollektiven Energien der Gruppe 3 und bitte darum, dass mir bei Gruppe 3 das Hauptthema aufgezeigt wird, was ist das die Ursache, also das Hauptenergie, Hauptursprung, was Gruppe 3 daran hindert, wenn ich zwei gesagt habe, Entschuldigung. Ich verbinde mich mit den kollektiven Energien der Gruppe 3. Falls ich zwei gesagt habe, Merkur ist rückläufig, da werde ich öfters mal Dinge sagen, die wahrscheinlich kein Mensch versteht, dann bitte ich um Vergebung. Was ist das Hauptenergie, Hauptthema, was Gruppe 3 daran hindert, seine Ziele zu erreichen, Spirit? Wow, wir haben hier einmal Heilung. Und wow, wir haben hier Selling Out. Du verkaufst nicht viel, zu sehr unter deinem Wert. Gruppe 3, du hast das Gefühl, vielleicht auch, ich sehe hier ein ganz schwerer Schmerzen in deinem Herzen, ein Messer, der dir in dein Herz gestochen wurde, das kann aus dem Ursprung deiner Familie schon stammen, es kann aber auch, es hängt darum, dass irgendetwas in deinem Herzen gibt, das in die Heilung gehen darf, was mit Verrat zu tun hat, das, wo du dich unter deinem Wert verkauft hast, in der Vergangenheit vielleicht schon, oder du einfach dich wertlos fühlst, weil du missbraucht wurdest oder benutzt wurdest. Es kann all das miteinander repräsentiert werden. Es hat bei dir mit Liebe zu tun, meine liebe Gruppe 3. Oh, wieso wusste ich, dass das jetzt hier auftaucht? Ja, da gibt es bei dir, meine Liebe, am Boden der Karte haben wir den Zyklus, es gibt hier etwas aus deiner Vergangenheit, das zu Ende gehen darf, in die Heilung gehen darf, Gruppe 3. Gruppe 3, bei dir geht es darum, dass eine alte Verletzung, entweder bereits schon im Elternhaus mit dem Thema Liebe, dass du vielleicht schon zu Hause nicht so geliebt wurdest, für wer du bist, dass du einfach kontinuierlich einfach verglichen wurdest mit anderen. Kann sein, wenn du Geschwister hattest, du weisst, ich bringe immer wieder Beispiele aus meiner eigenen Familie, ich habe einen Vater, der mich niemals so akzeptiert hat, wie ich war, ich war einfach nie gut genug für meinen Vater, was auch immer die Gründe waren, das ist eigentlich egal, aber ich wurde immer verglichen mit meinen Stiftbundern, mit meiner Schwester, er hat immer wieder gesagt, warum bist du nicht so wie sie, warum bist du nicht wie das, warum kannst du nicht so sein, warum kannst du nicht dies sein, ich wurde nie einfach akzeptiert, wer mich. Das ist das, was zum Beispiel hier als ein Thema hier repräsentiert wird, durch diese Liebe, durch diese Ursprung ist die Liebe. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Gruppe 3 aus der Ursprungfamilie die Liebe kommt, du wirst dann vermutlich in diesem Leben mit dem Thema Liebe, egal in welcher Form auch immer, ob es Freundschaften sind, ob es Partnerschaften sind oder Elternliebe sind, schon allgemein sehr viele Themen gehabt haben. Es ist auch wichtig, dass du deine limitierte Glaubensmuster über die Liebe, die dir beigebracht wurde, egal ob das war, weil deine Eltern es dir vorgelebt haben oder weil es dir erzählt wurde, dass du die bitte loslassen sollst. Dein Herz wünscht sich nach mehr Verbindung. Ich habe das Gefühl, dass Gruppe 3, du dich gerne etwas im Rückzug befindest oder dich komplett von der Liebe zurückgezogen hast. Vielleicht bist du auch sehr lange Single oder du gehst gar keine Beziehung mehr heim oder du glaubst nicht mehr an die Liebe, weil du das Gefühl hast, dass egal, wenn du in deinem Leben aussiehst, du immer benutzt wirst, immer verletzt wirst und immer dich unter deinem Wert verkaufst. Oder du hast dich in der Liebe bereits schon ein paar Mal in den falschen Partner, Partnerin verliebt und hast das Gefühl, dass es für dich sowieso keine mehr gibt und dass du sowieso immer und immer wieder ausgenutzt wirst oder du immer wieder diese Partnern anziehen wirst, dass die das Gefühl haben, dass du nicht wertvoll bist, dass du vielleicht dich prostituiert hast für diese Partnerschaften, dass du dich alles hergegeben hast, weil Selling Out ist der Archetypus der Prostitution. Das bedeutet, ich habe alles getan für meine Männer, ich habe alles hergegeben für meine Eltern, ich habe alles getan für meine Freundschaften und ich wurde nur benutzt und ich wurde aber nicht einmal dafür bezahlt. Also das ist jetzt die Energie, die hier jetzt als Archetypus angesprochen wird. Im Gegensatz zu einer Prostituierte, die das da einfach tut für Geld, wurde bei dir einfach, du wurdest einfach ausgenutzt. Für die Liebe, die du in dir hattest, die du gegeben hast, weil du geliebt hast, weil du geliebt werden wolltest, wurdest du einfach nur benutzt und wie eine quasi Putzlumpen. Das ist der schönere Ausdruck jetzt für das, was mir jetzt gerade im Kopf durchgeht, wie eine Putzlumpen verbraucht und ausgetauscht, wie ein Sack, ein Kartoffelsack ausgetauscht gegen einen besseren Sack. Das ist die Energie, die ich hier sehr stark spüre. Das ist aber in deiner Vergangenheit passiert, egal ob du bei deinen Eltern diese Liebe so erfahren hast oder deine Eltern so gesehen hast, dass eine der Schwächere war und der andere der Stärkere oder dass deine Mutter sich immer unter ihrem Wert verkauft hat, bei deinem Vater um Aufmerksamkeit zu bekommen oder umgekehrt, der Vater sich immer unter dem Wert verkauft hat, bei der Mutter um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das hat dich geprägt, wenn du jetzt nicht selber das erlebt hast. Das ist das, die Themen, die damit verbunden sind und hier wirst du wirklich aufgefordert, dein Herz vollkommen zu öffnen wieder und deine Verletzlichkeit wieder zuzulassen. Du hast dich versperrt, du hast hohe Mauern um dich herum gezogen, um diesen restlichen Stück Herz, wo noch übrig ist, vom Verbluten zu retten. Das männliche Anteil in dir hat es übernommen und hat deine weibliche Anteile komplett in eine andere Sphäre zurückgezogen, wo es nicht mehr verletzt werden kann, weil er der Meinung ist, ist, dass wenn noch mal etwas in deinem Leben kommt, dass du es nicht mehr überleben wirst oder du selbst bist der Meinung, dass wenn ich mich jetzt noch einmal verliebe und noch einmal verletzt werde, halte ich das nicht mehr aus. Und du bist hart geworden in Bezug auf Liebe und du zeigst auch keine Sensibilität und keine Gefühle mehr. Du hast dich verschlossen, deine Gefühle gegenüber. Und Sensibilität und Angst vor Ablehnung und Intimität mit anderen Personen spielt hier bei dir eine sehr große Rolle, was gerne in die Heilung gehen möchte. Wie auch immer, du wirst hier aufgefordert, deine Leidenschaft wieder Raum zu geben, dich inspirieren zu lassen von anderen Energien und wieder tief Gefühle zuzulassen. Bitte fülle dich hinein, ob das ein Thema mit partnerschaftlicher Liebe, freundschaftlicher Liebe oder familiärer Liebe zu tun hat oder allgemein Selbstliebe zu tun hat. Hier können viele Gruppen vorhanden sein. Es kann all das dir mit Freunden passiert sein, mit Partnern oder mit Eltern oder was auch immer. Was ich hier sehe, ist, dass du hier aufgefordert wirst, dich wieder zu verbinden mit anderen. Und deine limitierte Glaubensmuster über die Liebe nochmal zu überarbeiten und die Heilung zu begeben. Wenn du an den Schmerz aus deiner Vergangenheit festhältst, wo du benutzt wurdest oder das Gefühl hast, benutzt geworden zu sein oder man hat dir diese Liebe nicht zurückgegeben, die du bereit warst zu investieren in eine Partnerschaft, dann kann es durchaus gut möglich sein, dass du aufgefordert wirst, jetzt diese Gefühle noch einmal anzunehmen, nochmal zu fühlen und dann sie loszulassen und weiterzugehen. In dem Wissen, dass dir nie mehr wieder das widerfahren kann, was dir in der Vergangenheit passiert ist. Gib dir selbst die Erlaubnis, um Menschen reinzulassen. Versperre dich nicht dagegen. Und bitte um Liebe aus dem Tiefsten deines Herzens und deiner Seele und es wird zu dir kommen. Du musst aber auch bereit sein für diese Liebe. Versuche auch in jedem Menschen, der in deinem Umfeld jetzt auch ist, egal ob Mann, Frau, immer etwas Schönes zu sehen. Fokussiere dich auf positive Gefühle. Wenn du Menschen siehst, die miteinander wandeln oder glücklich sind oder happy sind, sei nicht sakrastisch und sag einfach, warte mal, in fünf Jahren sind wir ja nicht mehr zusammen. Ich kenne all das. Ich habe selbst diese Sprüche kontinuierlich auf den Tisch gelegt, dass ich nicht mehr an die Liebe glaube und dass für mich die Liebe nur mit Schmerz verbunden ist. Und deswegen weiß ich genau, warum ich die Gruppe 3 ausgesucht habe und weiß auch genau, warum das hergekommen ist. Auf jeden Fall möchte dieser Karte dir aber auch sagen, gerade weil du aus der Seelenfamilie Liebe hier hingekommen bist, bist du eine Heiler. Und diese Gruppe hier musste durch die Hölle, durch diesen Schmerz, durch diese Ablehnung von der Liebe gehen, um die Heilerqualitäten in sich zu erlangen. Warum ich das sage, ist, du kannst nur anderen ihren Herzen heilen, wenn du weißt, was es bedeutet, wenn man sein eigenes Herz gebrochen bekommen hat und es geschafft hat, selbst zu heilen. Ich habe vieles schon aufgearbeitet, aber ich weiß, dass es noch, das Thema es öffnen, das ist so ein Problem bei mir, Menschen reinzulassen, mich wieder zu öffnen für was Neues und nicht in diesem ewigen Single-Energie zu bleiben, weil es einfach dort sicher ist. Da weiß ich, dass mir niemand wehtun kann. Da weiß ich, dass mir keine mehr Schmerzen zufügen kann. Und das ist so mein Thema, bitte fülle in dich hinein, welches dein Thema ist, weil hier werden mehrere Themen angesprochen. Einmal, sich unter der Wert verkauft zu haben, das Gefühl zu haben, wie in Putzlumpen benutzt worden zu sein und ausgetauscht worden zu sein. Hier geht es um ein Glaubensmuster, über die Liebe, die da durch deine Familie übertragen wurde, weil du es so gesehen hast, weil du es gar nicht anders gelernt hast, weil deine Eltern es dir vorgelebt haben oder aber in einer Partnerschaft, die vorgelebt wurde. Und hier geht es um das Thema Heilung. Hier geht es darum, dass du körperlich könntest jetzt gerade Probleme haben, weil dieses Thema hier angeschaut werden möchte. Dein Körper gibt dir Botschaften, dass du langsamer machen sollst. Vielleicht lenkst du dich auch viel zu sehr ab, damit du dich mit dieser Situation nicht auseinandersetzt. Aber wenn du jetzt gerade Stress hast oder dich überfordert fühlst oder du leidest, dann ist das eine Depressionen, oder einfach irgendwie traurig bist, erschöpft bist, ist, dann ist das eine Kommunikation von deinem Körper an dich, dass in diesem Bereich deines Lebens etwas Heilung bedarf. Dein Körper möchte mit mehr Liebe behandelt werden. Diese Liebe, die du im Außen nicht bekommen hast, möchte von dir selbst gegeben werden, an dich. Und du wirst hier aufgefordert, auf die Botschaften deiner Herzen, deiner Seele zu hören. Was für eine Bedürfnisse hast du, die du dir jetzt nicht erfüllst, weil du das Gefühl hast, wenn ich in meinem sicheren Hafen bleibe und niemanden an mich ranlasse, weil ich einen Turm um mich herum aufgebaut habe, was auch mit der neunten Scheibe repräsentiert wird. Ich habe mir ein Imperium aufgebaut, aber in diesem Imperium hat es nur Platz für mich und für diejenigen, die mir nicht wehtun. Ich rede jetzt über mich. Es hat doch Platz nur für mich, mein Kind und meine Tiere und alles andere drumherum hat nur so lange Platz da drinnen, solange sie mir nicht wehtun. Sobald sie mir wehtun, schmeiße ich sie aus diesem Turm raus. Und das ist nicht die Art und Weise, wie wir leben sollten. Also hier geht es darum, wirklich diese Türme um dich herum runterzubauen und Menschen wieder reinzulassen und dich verletzlich zu zeigen. Und du musst dir bewusst werden, in welchen Bereichen deines Lebens du diese Emotionen, diese Verletzungen noch unterdrückst. Ich weiß, dass viele von uns sagen, Herr Gott, wie viel muss ich noch arbeiten daran? Aber solange du immer noch nicht rausgehst, immer noch niemanden an dich ranlässt, immer noch Partnern anziehst, wo etwas nicht funktioniert, oder du diese Runner wie ich, die Braut, die sich nicht traut, Energie entwickelst, das heißt, ich gehe in eine Online-Dating und ich lerne jemanden kennen und das ist alles gut, ich treffe mich ein, zwei Mal mit dem und dann gibt es Millionen Gründe, warum ich mich nicht mehr so mit dem treffen, weil ich dann wegrenne. Weil einfach, ich müsste meine Komfortzone verlassen, ich müsste mich verletzlich zeigen, ich müsste den in mein Leben reinlassen, ich müsste ihn meine Schwächern zeigen, no way! Das ist so mein Thema. Bitte fühle dich hinein, wo du dich selbst in das, was da Heilung bedarf. Wo weigerst du dich, diese Gefühle der Verletzung nochmal anzuschauen, dich verletzlich zu zeigen. Und Heilung braucht Zeit, es ist ein Prozess. Den ersten Schritt in Richtung Heilung tust du, in dem du dir einen sicheren, liebevollen und unterstützenden Umfeld erschaffst, wo du auf deine innere Weisheit hören kannst. Das sind die Botschaften, die hier für dich wichtig sind, damit du deine Ziele erreichst. Und wenn du mich fragst, Gruppe 2, Gruppe 3, das sind deine Themen definitiv Liebe, Partnerschaften und Geld. Weil Liebe und Geld ist miteinander verknüpft. Und selbst wenn du sagst, nee, finanziell bin ich jetzt abgesichert und hab alles, ist immer diese Angst vor deinen Sicherheiten zu verlieren da. Und das verursacht dann immer im Aussen Widerstand, wo dann genau das passiert. Obwohl es wieder reinkommt, aber du verlierst es immer wieder. Und das ist so eine Energie, die mit dem Fluss des Lebens zu tun hat, mit Vertrauen zu tun hat, mit Verletzlichkeit zu tun hat. Liebe und Geld ist beides Energie. Und es zeigt sich beides, indem du es fließen lässt, nicht zurückhältst, nicht Angst hast, nicht im Mangel bist. Okay. Dann schauen wir natürlich, wir klären jetzt die Karten. Natürlich ist der Hauptthema bei dir die Liebe. Also klären wir natürlich die Karte Liebe, Gruppe 3. Spirit, bitte kläre für mich die Karte Liebe für die Gruppe 3. Was hat das da auf sich mit dieser Karte Liebe? Ich bitte darum, dass mir hier eine Klärungskarte gegeben wird. für die Gruppe 3. Was hat das auf sich? Was ist da diese Hauptenergie mit der Thematik Liebe, das meine Gruppe 3 daran hindert, seine Ziele zu erreichen? Also wenn es plötzlich anfängt zu rumoren, dann ist das das Gewicht da draußen, es bandt sich was an dort außen. Ja, wir haben hier das Thema Nonsens, sinnlos, ist einmal mit diesem Thema repräsentiert. So, meine liebe Gruppe 3, hier geht es um einige Thematiken, die sehr wichtig sind, als allererste, geht es um deinen Selbstwert. Wenn wir hier mit dem Nonsens, und der sagt ja auch, it is time to talk sense, es ist Zeit, sinnvoll zu reden. Und hier geht es um viele Themen. Hier geht es einfach darum, um deine Selbstwertgefühle, und zwar mutig für dich selbst gerade zu stehen, wenn irgendjemand deine Grenzen überschreitet und dich scheiße verhält. Hier geht es darum, wenn du da ausgenutzt wirst vom Menschen, mit diesem Sending Out, oder verletzt wirst, und bis jetzt dir das immer gefallen gelassen hast, oder immer noch tust, weil du das Gefühl hast, wenn ich jetzt irgendetwas sage, dann verursacht dann wieder Ärger, dann wirst du hier aufgefordert, mutig für dich selbst gerade zu stellen, wenn irgendjemand dir gegenüber sich unfair oder einfach schlecht verhält. Und es geht auch hier darum, dass du nicht die Schuldigen im Außen suchst, sondern dir bewusst wirst, dass du das mit dir machen gelassen hast. Dass es eine Ursprungenergie dahinter gab. Und das ist, glaube ich, bei so einer Kombination am allerschwierigsten, weil gerade wenn wir alles gegeben haben, haben wir diese Dynamik in uns, ich erwarte etwas für das, was ich gebe. Weil wenn wir nichts erwartet haben, sind wir dann nachher auch nicht verletzt. Und in der Vergangenheit war es so, dass du vielleicht einfach, weil du zu Hause diese Liebe schon nicht bekommen hast, oder um die Liebe kämpfen musstest, diese Muster in deinen Partnerschaften, Freundschaften genauso entwickelt hast und hast alles gegeben und hast nichts bekommen und hast dich gefühlt wie eine ausgenutzte Putzlupe. Und Stuart sagt dir, du kannst nicht immer mit der Finger auf anderen zeigen, du hast das mit dir machen lassen. Und es ist jetzt die Zeit, dass du das dann nochmal überprüfst und dass du das nochmal anschaust und in die Heilung begibst, damit diese Energie in dir drinnen heilen kann. Du allein hast das mit dir machen lassen. Es geht auch um das Thema Vergebung. Und vor allem, tu deine Wahrheit aussprechen und hab keine Angst dafür, für dich selbst gerade zu stehen oder jemandem oder etwas in deinem Leben die Wahrheit zu sagen, wenn es um deine Gefühle geht. Vielleicht bist du auch eine, damit du geliebt wirst oder damit du keine Ärger bekommst, damit du nicht schlecht dastehst, dass du dich weigerst, quasi, deinem Partner, der dich wie Dreck behandelt oder schlecht behandelt oder deinem Chef oder deine Freunde, dass du denen nicht die Wahrheit über deine Gefühle sagst, weil du Angst davor hast, dass du die dann verlierst. Und da wirst du aufgefordert, bitte damit aufzuhören. Wenn es dann darum geht, dass du gar niemand bei dir reinlässt, weil die deine Wahrheit nicht vertragen, dann wirst du dir aufgefordert, ein bisschen sanftmütiger zu werden und vielleicht mal nicht direkt einfach mit der Finger aufeinander zu zeigen, sondern mal zu gucken, ob du nicht aus einem alter Verletzungen heraus handelst, die da vielleicht die Situation auslösen tut. Und dann geht es auch hier, lass dich nicht klein machen und gucke die Menschen in die Augen und lass dich nicht runter machen. Das ist dieses Thema hier, das sehr stark verbunden ist mit Selbstwertgefühlen. Und überrasche dich selbst, zu was du imstande bist, was dieses Thema anbelangt. Aber es geht hier darum und deine Selbstwertgefühle. Definitiv mit dem Thema Liebe, was bei dir noch zu klären gibt, gibt es Dinge, die du mit dir machen lässt oder dass du einfach deinen Selbstwert vielleicht noch von anderen im Außen beeinflussen lässt oder dem Friedenwillen nicht handelst oder Diskussion aus dem Weg gehst oder vielleicht jemandem, nicht deine Meinung sagt, aus Angst davor, dass du vielleicht nicht mehr geliebt wirst. Das ist ein Thema hier, das in die Heilung gehen darf. Wir gucken jetzt einfach mal aber auch an, was hat es da mit dem Thema Selling Out auf sich und mit dem Thema Heilung. Was möchte hier in die Heilung gehen bei dir? Kläre bitte, Spirit, das Thema, das geheilt werden möchte, in Bezug auf sich unter Wert verkauft zu haben. Kläre bitte für mich das Thema Selling Out und Heilung. Was möchte hier bei der Gruppe 3 in die Heilung gehen? Ja, schau mal. Suchtverhalten, do not drink poison, do not do things you know are not good for you. Also hier geht es einfach darum, dass wenn du ein Muster hast, wo du immer und immer wieder die gleiche Sorte Menschen in deinem Leben anziehen tust, die dich ausnutzen, die dich wie Dreck behandeln oder wenn du aus Mangel an Selbstwert dich selbst verletzt, indem du trinkst, Suchtmittel nimmst, rauchst oder dich betäubst oder was auch immer das ist oder ungesunde Essverhalten entwickeln hast oder magersüchtig bist oder Bulimie hast, das ist alles Mögliche, was hier repräsentiert wird. Das möchte bei dir in die Heilung gehen, das hat mit deinem Selbstwert zu tun. Jegliche Form von Suchtverhalten oder das, was du tust, was dir nicht gut tut, ob es ist eine gesunde Ernährung oder dich selbst nicht zu lieben oder, keine Ahnung, zu viel essen, zu wenig essen, rauchen, trinken, was auch immer, Kaufsucht, was auch immer da ist, tu damit aufhören. Tu nicht Dinge, die dir nicht gut tun, wo du genau weißt, dass es dir schadet oder immer die gleiche Sorte Typen anzuziehen oder die gleiche Sorte Menschen anzuziehen oder Freunde erlauben, deine Grenzen zu überschreiten, nur weil du Angst davor hast, alleine zu sein. Hier sagt die Karte dir, hör damit auf. Hör auf mit den Dingen, die dir nicht gut tun, weil das hat damit zu tun, dass du dich selbst bestrafst, dass du das Gefühl hast, dass du nicht wertvoll bist und distanziere dich von diesen Menschen, die dich so behandeln und tu Dinge, die dir gut tun. Fang an, an deine Selbstwertgefühle arbeiten, fang an, an deine Heilungsthemen zu arbeiten und beginne diese Muster in dir drinnen, der gerade vielleicht sich repräsentiert im Außen, zum Beispiel irgendeinen Typ, den du anziehen tust, wo dem Typ entspricht, den du gerne möchtest und der Typ behandelt dich genauso wie die letzte zwei, drei, dann ist für dich die Zeit gekommen, direkt Stopp zu sagen und zu sagen, hey, weißt du was, nein, brauche ich nicht, will ich nicht, sorry. Und manchmal muss man nicht unhöflich sein, man kann auch den Menschen einfach aus seinem Leben rausschneiden und einfach sagen, weißt du was, ich muss mir das nicht antun, es tut mir leid, brauche ich nicht. Aber es wird dir auch bewusst machen, vielleicht bist du gerade in dieser Heilung prozentale, wir haben eine Heilung und sich unter Wert verkaufen in einem Deck und er sagt, vielleicht bist du gerade dabei zu erkennen, dass es da Dinge gibt in deinem Leben, die sich dir jetzt gerade zeigen, damit du dir heilst, damit du deine Ziele erreichst, in Liebe, in Partnerschaft, in Finanzen, was auch immer das ist, was zu dir kommen möchte. Also definitiv ist das einmal ein Thema für dich. Was noch, Spirit? Ja, und hier kommt Create your own dream. Kreiere dein eigenes Leben. Belong to your own dream. Es ist die Zeit für dich gekommen, Gruppe 3, dein eigenes Leben nach dem auszurichten, was für dich stimmig ist und nicht nach dem, was andere das Gefühl haben, wie du dein Leben zu leben hast oder dir sagen, wie du dein Leben zu leben hast oder bestimmen, ob du gut oder schlecht bist oder bestimmen, was du verdienst oder nicht verdienst, sondern hol deine Macht zurück und hör auf, Dinge zu tun für andere Menschen, nur damit du akzeptiert und geliebt wirst oder wo du dich Grenzen setzen kannst, beginne jetzt Grenzen zu setzen. Das ist das, was dich daran hindert, deine Ziele zu erreichen oder aber, dass du Minderwertigkeitskomplexe hast, dass du dir sagen tust, ich bin nicht gut genug, um meine Träume zu leben oder das Leben zu leben, das ich möchte, weil ich in einer Mangelenergie bin, weil ich das Gefühl habe, ich verdiene es nicht, das Leben zu leben, der mir zusteht. Warum? Weil aus dem Ursprungenergie in deiner Vergangenheit hier etwas ist, was dir das Gefühl übermittelt, du verdienst es nicht, glücklich zu sein. Ein Glaubensmuster, der dir jemand oder dein Leben eingeträchtigt hat. Und hier wirst du wirklich aufgefordert, hinzuschauen und das noch zu heilen, in die Heilung zu begeben, damit du zu dem wirst, wer du bist, denn du verdienst alles. Du verdienst genau das Leben zu leben, dem dir zusteht. Es ist dein Geburtsrecht in Fülle, in Glück, in bedingungslose Liebe und eine Partnerschaft zu leben, der genau das entspricht, was du möchtest. Du musst keine Kompromisse eingehen, nur weil du Angst hast, dass der Richtige nicht kommen könnte und du Single bleiben könntest. Du musst dir nicht gewisse Dinge gefallen lassen, nur um geliebt zu werden. Du musst nur deinen eigenen Wert erkennen und dann siehst du automatisch diese Menschen in deinem Leben an, die dich genauso nehmen, wie du bist und dir das auch zurückgeben und dich auch wertvoll behandeln. Und hier gilt es zu heilen. Und das Universum hat gerade noch seinen Meldung dazu gegeben, mit dem Donner, also Gruppe 3, wir wissen, was wir zu tun haben, noch dort zu überprüfen, wo verkaufen wir uns unter unser Wert. Was ich noch vergessen habe, Gruppe 3 ist deine Inspiration-Karte überhaupt zu erklären. Deine Inspiration-Karte spricht über Großzügigkeit. Dein Gegenwart ist ein Geschenk. Guckt euch mal an, wie passend das ist und was für ein Zufall, dass ich das noch nicht gelesen hatte. Und jetzt guck mal das an. Du verkaufst dich unter dein Wert und Spirit sagt, nein, dein Gegenwart ist ein Geschenk für andere Menschen. Respektiere dich selbst und die anderen. Und was du, what you share returns the attempt, was du anderen gibst, bedingungslos, wird zu dir zehnfach zurückkommen. Auch wenn du das Gefühl hast, du hast in nichts investiert, das ist nicht wahr. Ich weiß, wie das ist. Nimm deine Erwartungshaltung raus. Ich habe angefangen, nur noch zu geben, wo angenommen wird. Und ich investiere nichts mehr rein, wo nicht mehr zurückkommt. Und du wirst sehen, dass das, was du rausgibst, kommt zu dir zehnfach zu tun, solange es aus dem Herzen kommt und unerwartet ist. Und es ist genug für jede Drang und Vertraue in die Fülle. Schau mal, wie perfekt das eigentlich zu deiner Reading und deinen Themenpas, die wir jetzt hier gezogen haben. Ich finde das jedes Mal faszinierend, wie das Bild arbeitet. Gut, mein Schatz, dann schauen wir weiter. Woher kommt das? Was ist die Ursache für diese Minderwertigkeit, für sich selbst unter Wert verkaufen? Wo liegt die Ursache dieses Themas? Wo kannst du rangehen? Woher kommt das alles? Spirit, bitte zeig mir. Woher kommt diese Minderwertigkeit, dieses Gefühl, sich unter Wert verkauft zu haben? Was ist die Ursache, was noch jetzt angeschaut werden darf und noch nicht sichtbar ist? Zeig mir, was ist die Ursache bei Gruppe 3? Zu viele Karten, Spirit. Zu viele Karten, viel zu viele Karten. Ich muss noch vermischen. Spirit, zeig mir bitte die Ursache. Was liegt im Dunkeln? Was ist die Ursache? Was sieht die Gruppe 3 nicht? Oder was verursacht diese Gefühle noch bei Gruppe 3? Okay, 2. Oh, und da kam das Haus schon wieder. Ja, Familie zu Hause. Das kam vorhin auch schon. Und die kam auch. Gut, dass es jetzt nicht mehr 5 sind, sondern 4. Also wir haben hier einmal die Schütze, die Karte der Schütze, der Energy, imbuss, power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. Also hier geht es einfach darum, der Ursprung deiner Energien kommt aus jemandem in deiner Vergangenheit, der Macht auf dich ausgeübt hat. Das kann ein Elternteil sein, das kann ein Partner sein, es kann ein Familienmitglied sein, es kann alles sein. Auf jeden Fall der Ursache für deine Minderwertigkeitsgefühle ist, dass du jemand seine Macht über dich ausgelebt hat, sich über dich gestellt hat und deinen Enthusiasmus und dein Vertrauen in dir selbst und in deine Positivität zerstört hat. Das ist die Ursache, da liegt es. Und du wirst hier aufgefordert, deine Macht, deine Kraft wieder zurückzuholen und mit Enthusiasmus und Vertrauen in dir selbst in Richtung einer positiven Zukunft zu gehen und die Autorität, die Verantwortung für dich selbst wieder zurückzuholen und es nicht den anderen abzugeben. Und der vierte Haus ist das Haus der Familie. Das ist dein Zuhause, dein Ursprung, das, woher du kommst. Und deine Ursache kommt aus dem Elternhaus. Das heißt, das ist ein Zuhause, ein Thema aus dem Zuhause, das dir eingeträchtigt wurde. Also der Ursprung dieser Autoritätsperson, dieses Minderwertigkeitsgefühl, es schüttet wie nichts aus dem Himmel runter, gerade wo ich mit dem Gruppe 3 angefangen habe. Also es muss schon was bedeuten. Gruppe 3, bei dir geht es darum, dass diese Ursache liegt in deinem Zuhause. Es liegt in deinem Ursprung, es liegt in deinen Wurzeln. Das wurde dir von zu Hause aus das Gefühl gegeben, und du bist nicht wertvoll. Du warst nie gut genug für deine Eltern. Egal, was du getan hast, wurdest du nicht so akzeptiert, wie du bist. Man hat Autorität über dich ausgeübt, man hat dich klein gehalten, man hat dein Licht nicht nach außen scheinen lassen. Du warst vielleicht wild, lichtvoll, volle Liebe und deine Liebe wurde abgelehnt. Oder du wurdest einfach immer beschimpft dafür, dass du zu lebendig bist, so volle Liebe und Licht bist. Man hat dein Licht gedämmt. Da ist die Ursache für die Gruppe 3. Okay, was hilft dir, Gruppe 3, oder was kannst du tun, um dieses Thema zu heilen? Was kann dir jetzt in dieser Situation die Unterstützung und die Hilfe bringen, dieses Thema in deinem Leben zu heilen, um vorwärts zu kommen, um zumindest mal wirklich auch das zu erkennen, daran zu arbeiten und darüber, Schritt für Schritt die Mauern runterzulassen. Was hilft, Spirit, die Gruppe 3, diese Themen in die Heilung zu geben? Was hilft Gruppe 3? Was kann Gruppe 3 tun, um diese Themen zu heilen, Spirit, bitte? Wir haben einmal gedacht, was für eine schöne Karte, erkenne, dass du Gott, Göttin bist. Gucken, ob was kommt. Was hilft dir? Oh mein Gott. Erwache zu der Gott oder Göttin, der du bist. Wow, Gruppe 3, so schön. Und dann holen wir noch eine Karte aus dem Schamanenorakel. Erwache das Gott und Göttin in dir. Erwache das Weibliche in dir. Das Weibliche ist das Empfängliche. Das Weibliche ist, es ist egal, ob du Mann oder Frau bist, bitte Gruppe 3, verstehe ich nicht falsch. Das Weibliche in sich zu integrieren, ist die Aufgabe von den Männlichen wie auch den Weiblichen in uns. Wir müssen beide Anteile in uns integrieren. Der Männliche ist der Aggressive, der Kämpfende, der Zielerreichende, während die Weibliche das Passive, das Empfängliche ist, dass ich es verdiene, glücklich zu werden. Und was du hier aufgefordert bist zu tun, ist diese Weibliche, die Göttin in dir zu erwecken, den Gott in dir zu erwecken, um zu wissen, dass du es verdienst, dass du daran glaubst, dass du genauso wichtig bist wie jeder einzelne Stern dort oben. Jeder Stern dort oben ist wichtig und du gehörst zu diesen Sternen. Du bist ein Stern. Du bist einzigartig. Ich gebe das nur einmal auf dieser Welt. Hol dir deine Kraft zurück. Wow, ein Skybridge. Possibility for Union. Meine Lieben, bei euch geht es, warum, dass dein Seelengefährte, dein Seelenpartner auf dich wartet. Und der kann aber nicht in deinem Leben kommen, solange du diese Mauern in deinem Umfeld aufgebaut hast und hol deine Integrität zurück. Dort, wo man dir das genommen hat, ist jetzt die Zeit, dass du in deine göttliche Macht kommst und deine Integrität zurückholst. Schau mal deine Zahlen an. 2, überwinde die Dualität. Der 4 ist die Spiritualität. Überwinde die Dualität. 2 und 4, Schrägstrich 6, heile dein Herz und deine Finanzen. 3 und 5, Kommunikation, Prüfung bestehen, durch große Veränderungen, Schrägstrich 8, manifestiere die Fülle in deinem Leben. 4, Spiritualität. Und 7, den spirituellen Pfarrer, der geistige, der Spirit, tut dir Beifall, dass du dir selbst treu geblieben bist, dass du deine Spiritualität verarbeitet hast, Kraft gegeben hast. Schau mal an, wir haben der 47 zweimal hier. Du hast zweimal die Zahl 47. Ich schaue jetzt mal in mein schlaue Buch, was der 47 heißt. Ich habe so das Gefühl, dass das wichtig sein kann. Gefunden. Also, ich habe da zwei Bücher. Einmal ist das der Kelly Gray, Engelzahlen, und das andere ist Lauren Virtue, der Zahlen der Engel. Mal schauen, was die dazu sagen zu 47, weil ich das Gefühl habe, für dich ist der 47 eine wichtige Zahl, weil es zweimal gekommen ist, alles was doppelt kommt, ist für mich wichtig zu wissen. Und der 47, sagt dir, oh mein Gott, die Engel der Manifestation helfen dir, deine Energie und Gedanken darauf einzustimmen, was dir am meisten am Nutzen sein wird. Das ist die Botschaft von Kyle Gray und Doreen sagt zu dir mit 47, die Engel sagen, dass du gute Arbeit leistest und auf dem richtigen Weg bist. Sie möchten dich wissen lassen, dass sie dich auf jeden kleine Schritte begleiten und dir sogar noch mehr helfen können, wenn du sie um spezielle Unterstützung bittest, wann immer dies notwendig ist. Wow. Was dir hilft, arbeite mit den Engeln, du bist auf dem richtigen Weg. und die Karte Passability for Union ist, vielleicht fragst du dich, ob es für dich einen Partner gibt oder ob es einen Partner für dich gibt. Und Spirit sagt, ja, nur, Problem ist, wenn du deine Integrität nicht zurückholst, wenn du deine Weiblichkeit nicht zulässt, wenn du dich nicht öffnest und dich verletzlich zeigst, wenn du deine Mauer nicht runterreißt, wenn du nicht erkennst, dass du einzigartig und wertvoll bist und dich dauernd mit anderen vergleichst und nicht erwachst in deine Göttlichkeit, wie soll ich dir deine göttlich-männlichen bringen? Der ist ja auch in seiner Männlichkeit und in seiner Göttlichkeit und in seiner Kraft und er braucht eine Königin an seiner Seite oder die Königin braucht einen König an der Seite und wie soll ich dir deinen Counterpart bringen, wenn du nicht selbst in deiner Kraft bist? Und Spirit sagt dir, was dir hilft, Gruppe 2, äh, 3. ist, dass du erwachen tust in deine göttliche, in deine weibliche Energie, das heißt, dein Bewusstsein ist gerade dabei am Erwachen. Arbeite weiter an deinem Erwachen und du bist gerade dabei, dich mit den Botschaften der geistigen Welt auszurichten. Achte auf die Zeichen, die dir die geistige Welt schickt durch die Tiere, durch das Universum, der dich führt zu dieser Partnerschaft, der für dich bestimmt ist, der Possibility for Union. und umarme die weibliche, kreative, liebevolle, näherende, aber trotzdem starke. Nur weil du wieder gibst, heisst es noch lange nicht, dass du wieder schwach bist. Du bist nicht mehr der, der du in der Vergangenheit warst. Du bist jetzt Frau und Mann in einem. Du weisst, was deine Werte sind, du kannst stark sein, du kannst Grenzen setzen, aber du kannst trotzdem weiblich sein. und höre nicht auf die, die versuchen, dich klein zu halten und glaube, dass du so wichtig bist wie jeder einzelne Stern und jeder, der dir was anderes erzählt, erzählt dir eine Lücke und den solltest du auf deinem Leben verbannen, statt, dass du dich verschliesst gegen jegliche Art von Liebe, solltest du überprüfen, wer sind die Menschen, die diese Liebe in deinem Leben verhindern, die dir das Gefühl geben, du bist nicht wertvoll, die dir das Gefühl geben, dass du es nicht verdienst, glücklich zu werden oder dich klein machen, ob es Familienmitglieder sind, Freunde sind oder Partner sind und da ist die Zeit, dass du da rausgehst. Ich möchte mal gucken, was der Skybridge für eine Botschaft für dich hat mit der Possibility for Union. Ich bin auch sicher, dass das die männliche und weibliche Anteile in dir ist, aber Possibility for Union, Möglichkeit für Verbindung, what needs to be connected or disconnected, was musst du verbinden, mit was musst du miteinander verbunden werden oder getrennt werden. Life has shown you to this moment to offer as yet dream a possibility, but you must no longer postpone what you know to be inevitable. And yes, you are allowed to breathe or two before the leap to take a bit of time to yourself, get away for a day or two of contemplation and even for just a few minutes walk a cloud your head, muster your courage. so. Also hier geht es definitiv darum, dass dir ein Weg zu einer Partnerschaft geebnet ist und sich dir öffnet. Aber es ist wichtig, dass du dir erlaubst, zu Atem zu kommen, Ja zu sagen und zurückzuziehen und überprüfen, was ist es, was du loslassen musst und was ist es, was dich daran hindert, diese Union zu leben. Und dann bereite dich auf diese Union, guck mal, diese Treppe gehen nach oben. Das ist für mich eine Twin-Soul-Journey, die auf dich wartet und vielleicht bist du die ganze Zeit an den Falschen gehangen oder das, was dich daran hindert, daran weiterzugehen, ist, weil du immer noch an jemandem feststellst, der eigentlich deinen Wert nicht kennt und du wirst aufgefordert, es jemanden loszulassen, damit der andere, der hier oben steht und auf dich wartet, dich sehen kann. Und solange du da unten stehst und dich hinter der Mauer versteckst, hier hinten, da wird nichts passieren. Und hole deine Integrität wieder zurück. hole deine Integrität wieder zurück und hole deine Macht wieder zurück, die du irgendwo abgegeben hast oder immer noch abgibst. Wow. Was für eine Unterstützung wird dir aus der geistigen Welt zu teilen gegeben? Womit unterstützt dich Spirit und das Universum auf deinem Weg? Was für eine Unterstützung bekommst du von deiner Seele, von deinen Ahnen auf deinem Weg? Ich verbinde mich mit den kollektiven Energien der Gruppe 3 und ihre Ahnen und Spirit und bitte darum, dass mir gezeigt wird, was für eine Unterstützung bekommt die Gruppe 3, um diese Themen zu heilen, die die Gruppe 3 daran hindert, seine Ziele zu erreichen. Oh mein Gott! All Cones Invitation Touch Exchange Connection Womit deine Seele dir hilft, er bringt dich mit jemandem zusammen, der dir beibringt, dich wieder zu verbinden, dich berührt, dir zeigt, dass Berührung etwas Schönes ist, dass sich mit dir Austausch, dass sich mit dir verbindet und du diese Verbindung erkennst und schau mal die Zahl 1, 7 Neubeginn durch spirituelle Verbindung, das ist eine spirituelle Verbindung, die auf dem Weg zu dir ist, der Archons Invitation, eine Einladung von jemandem, der dir zeigen wird, was bedeutet, sich einzulassen, zu fühlen, womit hilfst du mit dir, er bringt dir jemand, diesen Union, diese Possibility of Union ist da, der will dir das bringen, du musst einfach nur bereit sein, es zuzulassen, du musst die Mauern runterlassen und rausspringen und dir sagen, hey, ich finde es wert, ich verdiene es, geliebt zu werden und Secret Doorways, er führt dich durch deine Intuitionen, öffnet dein drittes Auge und erlaubt dir einen Blick auf eine dimensionale Tür weg, du bist auf dem Weg deine Dimension zu wechseln, du bist auf dem Weg in eine andere Dimension hinaus zu gehen und Spirit ermöglicht dir das vielleicht durch deine Träume oder durch deine Intuitionen, du spürst, dass jemand auf dich wartet, du spürst, dass jemand auf dich kommt und dieser jemand, wenn er da ist, ist das, was Spirit dir hilft, dass er deine Intuitionen unterstützt, dir den Einblick in die andere Dimension gewährt und aber auch dich über deine Träume oder dein drittes Auge mit dieser Person verbindet, der für dich bestimmt ist und der Boden der Karte carry me home mein Gott support time to be carried allow others to help Spirit bringt dir die Unterstützung und es lässt dich jemand in deinem Leben kommen, wo du nicht mehr immer musst der Starke sein, sondern dass du endlich dich fallen lassen kannst, schwach sein kannst, dass du getragen werden kannst und nicht immer in einem Kampfmodus bist und dass du endlich Hilfe annehmen kannst, ohne das Gefühl zu haben, dass deine Schwachstellen ausgenutzt werden. So kannst du deine Maul runterlassen und damit Hilfe Spirit und diese Person, der kommt, der wird der sein, der dir, meine Liebe, all die Unterstützung, die du brauchst, um dich zu öffnen, getragen zu werden und schwach zu sein, erlaubt. Wow! Und du wirst es spüren. Du wirst es spüren werden. Also Gruppe 3 ist definitiv dein Thema Liebe. Oh mein Gott! Und follow me ist auf der anderen Seite die Karte. Er wird dir zeigen, wie du zu dieser Person geführt wirst. Wow! Dann schauen wir noch, womit die Baumkarten dir helfen. Spirit, wie hilfst du, die Gruppe 3, diese Mauern runterzulassen? Was für eine Unterstützung kann Gruppe 3 von dir als Universum erwarten, diese Mauern runterlassen zu können oder sich wieder einlassen zu können oder sich verletzlich zeigen zu können, womit hilfst du Gruppe 3 dabei zu spüren? Puh, zu viel gerade das Bild. Zu viel. Definitiv zu viel. Aber eine ist noch ausgeflogen. Das du mit Erfolg. Es wird dir helfen, dass du dabei erfolgreich bist. Was auch immer du anpackst, wird dir Erfolg bringen. Du wirst erfolgreich sein auf deinem Weg. Und der Erfolg, die dir das Universum schenkt, mit dem 10er, erfolgreich den Zyklus abzuschließen, erfolgreich dich zu lösen von allem, was dir nicht gut tut. Und es wird dir Fülle ausschüttern, damit du erkennen dass du es verdienst, geliebt zu werden. Und die Gruppe 3 Entschlossenheit. Spirit hilft dir, die Entschlossenheit zu entwickeln, diese Mauern runterzureißen und daran zu arbeiten und erfolgreich dich zu öffnen für das, was du möchtest. Ohne Angst davor zu haben, verletzlich zu sein. Wunderschön. Okay, meine Lieben, dann beenden wir dieses Reading auch für die Gruppe 3, in dem wir natürlich jetzt schauen, was für einen langen Nachmittag. Aber ich wusste, dass dieses Reading anstrengend wird und 15.44, 15.45 geht gerade dein Reading zu Ende, bevor wir mit der Heilung beginnen. Und 5.44, 5.45 bedeutet, die Engel sind gerade dabei, hinter die Kulisse deinen Wunsch zu erfüllen. Was auch immer du gerade gedacht hast, ist die Zahl, die jetzt gerade kam, die Botschaft für dich, 5.45 oder 5.44 ist hier auch in dem Buch drin. Moment. Du gehst in fast allen Bereichen deines Lebens durch wichtige Veränderungen. Die Engel sagen, dass diese Veränderungen mehr Licht, Liebe und Segnung in deinem Leben bringen werden und sie helfen dir bei jedem Schritt auf deinem Weg. Und 5.44, die Engel und Erzengel bieten dich dringend eine wichtige Veränderung in deinem Leben zu deiner höchsten Priorität zu machen. Du weisst bereits, um was es sich handelt. Bitte den himmlischen Mächten, dir während dieser Zeit Motivation und Hilfe zu geben. Also, hat sich ja alles geklärt, mein Schatz. Gruppe 3. Ich glaube nicht, dass du auf die Matrix verzichten wirst, bei so tolle Karten, Gott sei Dank, weil 1 und 2 waren wirklich schwer, also 2 waren am schwersten von allen. Aber, falls Gruppe 3, du diese Matrixbehandlung nicht haben möchtest, weil du aus weisem Grund nicht daran glaubst, oder mir nicht vertraust, was ich auch verstehe, weil du mich nicht persönlich kennst, auch in Ordnung, dann bitte ich dich darum, ich ziehe jetzt immer zuerst die Heilpunktkarten, damit kannst du selber arbeiten, und danach werde ich die Matrixkarten ziehen, dann kannst du ausschalten. Solltest du dabei bleiben wollen, werde ich dann die Anweisungen, nachdem ich die Heilpunktkarten gezogen habe, durchgeben, für die, die nicht wissen, was Matrix ist. Spirit, ich bitte darum, dass du mir die Heilpunktkarte für die Gruppe 3 gibst. Was war eine Kartenintegration? Was war vorhin die Karte? Hol deine Integration zurück. Einmal die Karte Integration mit Heilpunkten, ich werde es gleich vorlesen, Kontrollsucht, wenn du die volle Kontrolle nicht aufgeben kannst, ja, die Mauern hochzuhalten, ist anstrengend, ich weiß, wovon ich rede, und trotz, aber ja natürlich, das könnte ich live sein, trotz Verhalten. Okay, dann würde ich sagen, Gruppe 3, dein erster Punkt ist Integration, wenn keine Ruhe einkehrt. Die Punkte bewirken die Integration von Körper, Geist und Seele. Sie lösen Blockaden, die eine Trennung der drei Ebenen verursacht haben. Es ist wichtig, bei der Übung ganz bei sich und konzentriert zu sein. Rechte und linke Hand, die Fußsohlen aneinanderlegen und die Fingerspitzen, alle Finger über den Kopf zusammenführen. Das ist deine Bewegung. Also alle Finger, wie so ein Gebet, wie so eine Krone über deinen Kopf und die Füße zusammen, und dann sagst du, ich bin im Einklang mit mir und dem Universum, im Zellbewusstsein, im Zellgedächtnis, in jeder Beziehung, auf allen Ebenen, zu allen Zeiten, in allen Dimensionen und Inkarnationen, jetzt danke. Das für Gruppe 3, du kannst das anhalten und fotografieren, dann haben wir die Kontrollsucht gehabt. Wenn du die volle Kontrolle nicht aufgeben kannst, Wirkung hinter der Sucht nach Kontrolle verbirgt sich häufig die Angst, die Macht in bestimmten Bereichen zu verlieren. Das Loslassen von Kontrollsucht ist eine Befreiung und lenkt deine Aufmerksamkeit wieder auf das Herz. Höre auf dein Herz und lasse dich darauf ein. Linke Hand, den Mittelfinger in die Drosselgrube oberhalb des Brustbeines legen. Das ist hier drin. Und dann sagst du, ich öffne mein Herz und finde das rechte Maß der Dinge im Zellbewusstsein, im Zellgedächtnis, in jeder Beziehung, auf allen Ebenen, zu allen Zeiten, in allen Dimensionen und Inkarnationen, jetzt danke. Du kannst es so oft sagen, wie du möchtest. Und die dritte Karte ist der Trotz. Wenn du Schwierigkeiten mit einer starren Haltung in bestimmten Situationen hast, das ist auch Mauern runterlassen, wieder einlassen. Trotz bedeutet Treue zur Entscheidung, die oft im Kindesalter getroffen wurde. Er ist sehr hartnäckig und ihm zu lösen, bedarf eine liebevolle Einsicht in dieser Treue und dem Willen, sie loszulassen. Beim Halten der Punkte siehst du deinen Widerstand klarer und sie werden schwächer. Linke Hand, den Mittelfinger auf die Mitte des Brustbeins legen. Das ist hier. Und dann sagst du, ich lasse los und finde in der Liebe den Weg zu mir. Im Zellbewusstsein, im Zellgedächtnis, in jeder Beziehung, auf allen Ebenen, zu allen Zeiten, in allen Dimensionen und Inkarnationen, jetzt danke. Gruppe 3, für diejenigen, die jetzt ausschalten, danke, danke, danke für dein Sein. Ich hoffe für dich, dass dieses Reading dir die Kraft, die Stärke gegeben hat, deine letzte Mauern runterzuleißen, damit diese wundervolle Union, was auch immer das ist, ob es mit deiner Seelenfamilie ist, mit deinem Partner ist, mit den Menschen ist, die dich lieben, endlich eingehen kannst, deine Mauern runterreißen kannst, um frei zu sein, um wieder verletzlich sein zu dürfen. Ich weiss, wie anstrengend es ist, diese Mauern hochzuhalten und nicht mehr verletzt zu werden. Wünsche ich dir all die Kraft, all die Liebe und all das Licht, das du brauchst. Und ich hoffe, dass du das nutzt und es umsetzt. Denn es wartet hinter dieser Treppe etwas ganz Tolles auf dich, liebe Gruppe 3. Gruppe 3, danke, dass ich dir durfte heute dieses Reading machen. Danke für dein Vertrauen in meine Arbeit. Danke für dein Sein. Danke für deine Treue zu meinem Kanal. Danke, dass du dieses Kanal unterstützt durch das Liken, durch deine Kommentare, durch das Teilen dieses Readings, durch deine Spenden oder durch deine Energieausgleich, wie auch immer sie auswahlen mag. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir ermöglichst, diese Kanäle am Leben zu erhalten. Und ich danke dir, dass du mir erlaubst, dass ich meine volle Kapazität an Zeit in diese Readings investieren kann, um euch kostenlos zur Seite zu stehen. Danke, danke, danke. Und für diejenigen, die jetzt die Matrix anschauen möchten, bitte ich jetzt darum, dass ihr abschaltet, bitte, dass ihr angeschaltet bleibt und die andere bitte abschaltet. Blopp, Merkur. Und wir ziehen die Karte für die Matrix. Für diejenigen, die die Matrix das erste Mal haben bei mir, das sind Karten mit Energieportalen, die wir aktivieren. Ich frage das Universum, welcher Energieportal du benötigst, um diese Themen zu heilen und durch die Aktivierung dieser Welle bekommst du diese Energie ab und das unterstützt dich bei der Heilung deiner Themen. Wichtig dabei ist, dass du entweder, wenn du sitzt, nach vorne rutschst, für diejenigen, die es nicht kennen, nach vorne rutschst zu dem Sitz, dass du so nach hinten fallen kannst, wenn die Welle kommt. Die Welle kommt von innen und lässt dich nach hinten fliegen und für diejenigen, die sich damit auskennen, du kannst dich gerne aufstellen, achte darauf, dass hinter dir ein Stuhl, ein Bett oder ein Sofa ist, dass wenn die Welle kommt, dass du dich einfach hin nach hinten plumpsen lassen kannst. Solltest du die Welle nur als Krippeln oder nur als eine Form Energie wahrnehmen, das ist auch in Ordnung und solltest du gar nichts spüren, es heißt nicht, dass es nicht angekommen ist, das bedeutet einfach nur, dass du noch nicht offen bist für diese Energie, es wird trotzdem wirken. Dann bitte ich jetzt Spirit mit mir die Energieportal für Gruppe 3. Was hilft Gruppe 3? Welcher Energieportal hilft Gruppe 3? Bei Heilung, keine Themen. Da kam, wow, die Energieportal 13, die Geborgenheit. Und das Thema ist allumfassende Geborgenheit, Verbindung zur Uhrmatrix, Verwirklichung zum Ich-Bin, reparierte kristalline Gitternetz, verbindet die physische Zellmatrix mit dem energetischen Matrix. Wunderschön. Gruppe 3, dann würde ich sagen, ich starte jetzt direkt. Uppla. Internet ist wieder da. Juhu, Merkur, danke. Dann bitte ich darum, ich verbinde mich mit der Rüst der göttlichen Quelle der Schöpfung und bitte darum, dass jetzt nun die Energieportal 13, die Geborgenheit, aktiviert wird für meine Zuschauer, Zuschauerinnen, meine Community, denen, die hierhin geführt werden, die aus freiem Wille hier sind und bereit dazu sind, diese Energien anzunehmen. Aktivierung, Energieportal 13, die Geborgenheit, jetzt für meine Zuschauer, Zuschauerin, Welle. Und, Untertitelung des ZDF, 2020 Gruppe 3 Ich danke dir, dass du dabei gewesen bist, ich danke dir für dein Vertrauen, dass ich dir durfte diese Energieportalaktivierung zukommen lassen, ich danke dir für deine Treue, für deine Liebe, für dein Sein, spring, spring und lass dich empfangen und wisse, dass du unendlich geliebt wirst und dass du das Beste vom Beste verdienst. Danke, Gruppe 3, dass du dabei warst. Namaste und ich liebe dich.